Dann habe ich ihr gesagt, ich bin kein Geschäftskunde, ich möchte auch kein Konto hier bei Ihnen eröffnen. Das ist ein Banküberfall. Sehen Sie den Koffer da? Im Koffer ist eine Bombe drin. Das ist für Sie schon mal die erste Information, wenn hier irgendwas außer Plan läuft, wenn Sie auch nur dran denken, Alarm auszulösen, Polizei zu rufen oder sonst irgendwas. Ich komme auf einer tot oder lebendig Mission, wie gesagt, und für mich geht heute nur eine Sache. Also entweder ich gehe mit Geld oder ich spreche hier alles in die Luft. Ich habe mein Leben abgeschlossen. Beim ersten Banküberfall haben es nur zwei Personen mitbekommen. Alle andere, die ganze andere Belegschaft hat es erst mitbekommen, als ich schon lange zu Hause war und das Geld gezählt habe und meine Paranoias vor SCK geschoben habe. Er nimmt diesen Hörer und ich weiß bis heute nicht, wie er sich das getraut hat, ob das Aufregung war, ob das kalkuliert war. Ich weiß bis heute nicht. Er nimmt den Hörer und sagt, Herr Menecke, hier ist ein junger Mann mit einer Bombe, er droht sich in die Luft zu sprengen, wenn wir ihm kein Geld geben. Herzlich willkommen, Cousins Cousin. Endlich Part 2 von meinem Bra-Knast-Vlog. Herzlich willkommen, Cousin. Es freut mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Letztes Mal waren wir beim dritten Banküberfall, wo dieser Typ einfach mit einer deutschen Präzision gesagt hat, hier ist ein Mann, wenn wir ihm kein Geld geben, springt er hier alles in die Luft. Und dann habe ich einen Cut gemacht, Bruder. Genau. Wie ging es weiter? Genau. Also wir machen mal ganz kurz ein, wie nennt man das? Zurückspulen? Ja, wir spulen mal ganz kurz zurück in der Geschichte, weil das Besondere an der ganzen Sache war. Und ich weiß nicht, ob sich sowas schon mal zugetragen hat. Aber ich war ja einen Tag vorher schon bei dieser Bank eigentlich. Also der Banküberfall sollte schon am Donnerstag stattfinden. Okay. Und zwar am 21. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall bin ich am Donnerstag hingefahren, voller Entschlossenheit. Ich habe ja schon ein paar Mal trainiert sozusagen. Fahr da hin. Aber trotzdem, das Gefühl ist Aufregung pur. Und diesmal, das das Besondere war, guck mal, du musst dir vorstellen, vorher waren die Banken in meiner Umgebung. Es waren, das heißt, du stehst auf, wenn du auch geschlafen hast, je nachdem, weißt du, in der Regel habe ich geschlafen, um konzentriert zu sein. Also habe ich mich gezwungen irgendwie, weißt du, ob du willst oder nicht. Normalerweise war der Weg zur Bank sehr kurz. Das heißt, auch diese Zeitspanne des Adrenalins, des Gedanken darüber machens und so, war viel kürzer. Jetzt musst du dir vorstellen, bin ich in Wolfsburg und muss aus Wolfsburg nach Berlin fahren. Autobahn, Auto, dies, das, jenes. Dein dritter Banküberfall war in Berlin? Genau. Und du bist von Wolfsburg nach Berlin gefahren? Genau. Warum wurde er jetzt? Also nur so nebenbei. Guck mal, die ersten beiden waren ja in Wolfsburg, da wo ich auch gewohnt habe zu dem Zeitpunkt. Ja, ja, ja. In meiner Umgebung quasi. Aber man sollte nicht so viel scheißen, da wo man wohnt und da wo man ist. Richtig, richtig. Und nach zwei Banküberfällen mit diesem Tatmuster in nächster Umgebung ist die Gefahr sehr hoch, dass der Dritte scheitern wird. Weißt du, was ich meine? Das war der eine Beweggrund. Der zweite Beweggrund war, dass ich eine Großstadt ausgesucht habe und zwar Berlin und eine Hauptfiliale der Deutschen Bank ausgesucht habe, weil ich mir dachte, mehr Geld. Ganz einfach. Ja, größere Stadt. Weil mir war natürlich bewusst, dass die Summen, für die ich hier gerade meinen Arsch riskiere, Peanuts sind und ich wollte, wenn ich schon meinen Arsch riskiere, das so effektiv wie möglich tun. Weißt du? Was verständlich ist irgendwo. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, da geht doch noch mehr. Und ich habe mich ja in den Banken gesteigert. Die Summen haben sich ja gesteigert. Ich wusste, okay, ich bin auf dem richtigen Weg irgendwo. Jetzt natürlich rückblickend gesehen war es natürlich der falsche Weg. Aber zu dem Zeitpunkt war ich in meinem Film. Zu dem Zeitpunkt war das mein Geschäft sozusagen und ich habe jeden Tag darüber nachgedacht, wie kann ich mein Geschäft verbessern, erweitern und so weiter und so fort. Mehr Umsatz. Also umsatzsteigern quasi, agieren. Das ist doch ganz klar. Jeder denkt so, weißt du? Und in dem Moment war das halt mein Beruf, kann man sagen. Und dementsprechend habe ich versucht, okay, alles klar, irgendwie das Ganze zu steigern. Die Beute halt. Und da wusste ich, okay, alles klar, deswegen war es die Deutsche Bank. Also deswegen war es Berlin erstens. Zweitens, warum Zählendorf? Zählendorf ist eine reiche Gegend. Da wohnen sehr viele reiche Leute. Warum kurz vor Weihnachten? Das war 21. Dezember. Warum kurz vor Weihnachten? Weil ich wusste, kurz vor Weihnachten müssen die Banken viel Geldreserven da haben, weil viele Leute Bargeld wollen. Ja, klar. Geschenke kaufen, pipapo. Ja. Und deswegen habe, also das heißt, ich habe wirklich den Zeitpunkt, den Ort, die Bank, das war eine Hauptfilale der Deutschen Bank in Berlin. Okay, so. Das heißt, ich habe alles probiert, um wirklich schnapp zu machen. Weißt du, was ich meine? Ich habe wirklich alles, alles auf eine Karte gesetzt und habe mir gedacht, okay, alles klar, Alter. Wenn nicht hier, wo dann? Weißt du? Wenn nicht hier, wo dann? Wie viel hast du dir erhofft? Also ich habe so, guck mal, ich habe so 100, 150 Riesen, habe ich gedacht. Ja? Ja, könnte man holen. Weißt du? Realistisch. Das habe ich mir gedacht, wäre realistisch gewesen. Und meine Eintreffung, also meine Einschätzung, werden wir später sehen, ob die eingetroffen ist oder nicht. Das waren also die Gründe. Und dementsprechend, okay, vorher bin ich immer von Wolfsburg nach Berlin geflüchtet und diesmal habe ich mir gedacht, okay, das ist klar, weißt du was, ich mache das Ding in Berlin und flüchte nach Wolfsburg zurück. Weißt du, was ich meine? Umgekehrte Richtung. Ja, ja. Weißt du was? Weißt du? Ich habe dann überlegt, vielleicht spontan fahre ich vielleicht noch woanders, nach Hamburg, nach München oder irgendwo, vielleicht eine andere Stadt oder so, taucht da vielleicht unter. Aber das war erst mal so der Plan. Okay. Ich mache mich also auf den Weg, Bruder, ich stehe auf, ich frühstücke, weißt du, um ein bisschen was im Magen zu haben, um nicht, weißt du so, du willst nicht essen, du bist auf Adrenalin, du riskierst dein Leben, du weißt, du kommst vielleicht heute nicht mehr heil nach Hause, du bist im Knast, du bist angeschossen, du bist keine Ahnung was, weißt du, du weißt nicht. Und du zwingst dich trotzdem zu essen und trotzdem hast dich gezwungen zu schlafen, damit du deinen Job erledigen kannst. Weißt du? Wenig Schlaf, schlechte Ernährung oder gar keine Ernährung, das wirkt sich alles auf deine Konzentration am Ende aus. Und ich habe sogar mit Kiffen aufgehört, um mich auf meine Bankhöfe dazu vorzubereiten, dann wäre es dumm, andere Sachen zu vernachlässigen. Weißt du, was ich meine so? Absolut. Und, also ich mache mich fertig und fahre los, weißt du? Und dann auf der Autobahn, diese, diese, lass es eineinhalb Stunden, zwei Stunden sein ungefähr, als ich auf der Autobahn war, du weißt du, Rapmusik gehört die ganze Zeit und so, und hin und her und überlegt. Manchmal hast du Phasen, du hörst die Musik gar nicht, weißt du, manchmal fühlst du es, damals war, von Kurdu kam, damals 1. Stockdown draus. Und da gab es ein Lied, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber irgendwas, da gab es eine Line, so irgendwie mit, hör mal wie mein Herz rast und dann so, Bankraub, Commerzbank, irgendwie sowas. Und das kam genau, das war ein Neujahrsalbum, ich habe mir das ein paar Tage vorher gekauft, ich kannte die Line noch gar nicht und ich bin auf der Autobahn und ich höre diese Lines, ich habe voll Dings bekommen, weißt du, was ich meine? Motivation. Motivation und Gänsehaut und das war voll meine Hymne so, weißt du? Und ich habe das voll, ich habe das Lied bestimmt fünf, sechs Mal gehört oder so auf dem Bild her hin. Auf jeden Fall war das, so hat sich das ewig angefühlt, diese Zeit auf der Autobahn und so weiter und so fort. Dann komme ich da hin, parke mein Auto hinter der Bank, der Weg zur Bank ungefähr war, keine Ahnung, vielleicht noch so drei, vier Minuten ungefähr, musste man noch ein bisschen einen kleinen Weg vom Parkplatz runter, ein bisschen um die Bank rum und so. Aber du bist genauso verkleidet wie die letzten Male auch? Nein, nein, ein bisschen anders. Immer meine Verkleidung hat sich immer ein bisschen geändert. Weißt du so? Ich habe ja auch mein Modus operandi habe ich immer ein bisschen abgeändert, um im Falle des Zugriffs irgendwann eventuell davon kommen zu können, in einigen Fällen zumindest. Weißt du, was ich meine? Deswegen habe ich immer ein bisschen Sachen geändert und später, weil ich natürlich damit gerechnet habe, irgendwann wird die ganze Scheiße verhandelt. Wie das immer ist. Irgendwann holte ich die ganze Scheiße ein, weißt du? Und dann wollte ich mir die Option offen lassen, dass ich sage, okay, vielleicht den einen oder den anderen oder den anderen Fall lassen wir hinten fallen, weil können wir nicht beweisen, weil könnte eventuell ein Trittbrettfahrer gewesen sein. Jemand hat das gesehen im Fernsehen, hat nachgemacht. Verstehst du? Ein bisschen anders halt. Deswegen habe ich mir versucht, immer Mühe zu geben, ein bisschen kleine Sachen immer zu ändern. Weißt du? Auf jeden Fall, ich komme da hin, parke das Auto, steige aus, gehe rum, gehe in diese Bank rein und du weißt doch, wie gesagt, du bist so Zeitkontinuum zwischen deiner Vergangenheit, geht es noch nie vorbei, deine Zukunft ist ein großes Fragezeichen, viel Ungewissheit. Deine Gegenwart ist gerade voll Adrenalin gefüllt, also das ist, Bruder, du bist einfach vierte Dimension so mäßig, läufst du da rum und denkst dir nur so, what the fuck, what the fuck und hoffst du innerlich, hoffentlich geht alles gut, weißt du? Hoffentlich komme ich heil raus, am besten mit Geld und alles wird gut. Bei mir, ich musste mir eigentlich keine großen Sorgen machen, dass keiner verletzt wird, weißt du? Weil ich habe es nie darauf angelegt, irgendwen zu verletzen, habe ich auch nicht, weißt du, zumindest nicht physisch, so, ne? Sie haben es gedacht. Genau, genau, genau. Sie haben gedacht natürlich, ich will es auch gar nicht runterspielen oder so, gar keiner denkt und so, aber was ich damit sagen will, ist, ich hatte keine scharfe Waffe dabei, die ich auf einmal hätte ziehen können, aus Affekt oder ich hatte kein Messer dabei, was ich auf einmal, wenn die Situation eskaliert wäre, ziehen hätte können und jemanden verletzen können, ich war nur mit meinen bloßen Händen da, weißt du, was ich meine? Und das war es. Deswegen hatte ich diese, also diese Sorge hatte ich nicht, weißt du? Und später wurde ja auch vor Gericht festgestellt quasi, dass der Einzige, der Risikoeingang ist, persönlich ist, ich war. Also es gab, es bestand kein Risiko für die anderen Personen, für die Geisel kurze Zeit, ja, weil bei so einem Zugriff, ne, kann eventuell was schief gehen, so und deswegen, ähm, aber egal. Auf jeden Fall, ich gehe also in diese Bank rein, voll entschlossen und, äh, musst du erstmal in die Rezeption, du musst dir vorstellen, es ist Donnerstag, ne, es ist ungefähr so 15.30 Uhr, kurz vor Ladenschluss, halbe Stunde vor Bankschluss ungefähr, ne, bevor die zumachen. Ähm, strategisch auch der Zeitpunkt, ne, gehe da rein und will mit einem Sachbearbeiter reden, so wie ich das immer gemacht habe. immer erstmal einen Sachbearbeiter lösen, immer mit ihm ins Büro gehen und erstmal ihm schon mal erklären, was Sache ist. Das war ja immer, ne, der Plan. Okay. Das war jetzt der, der 21. ne? Das war der, genau, 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 genau. Okay. Ich gehe also da rein und, äh, sage ja, so und so und so, ich bin hier nach Zellendorf gezogen, vor kurz, ich bin ein, äh, ich bin hier zugezogen, ne, ne, ich habe hier Arbeit gefunden und so weiter und ich brauche ganz, ganz dringend und ganz schnell ein Konto. Das ist sehr, sehr wichtig. so und habe diese Dringlichkeit auch wirklich, ne, äh, dass die es mitbekommen, was wichtig ist. Äh, ja, okay, warten Sie mal, die, die Frau an der Rezeption ist losgelaufen, hat versucht irgendwie den Sachbearbeiter klarzumachen, kam dann mit jemandem wieder, hat uns beide bekannt gemacht, wie ist das, jenes, ja, tut mir leid, sagt er, äh, heute leider keine Chance, Sie sehen ja, was hier los ist, die Bank war voll, ne, es war, äh, heute leider nicht mehr, aber, kulanterweise, können wir ihn anbieten, morgen, relativ kurzfristig, morgen einen Termin. Okay. Und du musst dir vorstellen, ich stehe da und ich raffe die Welt nicht, ne, ich denke so, ey, äh, was soll ich jetzt machen, so, also, mein, mein Vorgehen bei dem Banküberfall. Komplett im Arsch, ne? Jetzt guck mal, angenommen, ich werde jetzt mit einer Waffe drin, okay, dann wäre jetzt der Moment, du überlegst so, okay, soll ich jetzt Waffe ziehen, in die Luft schießen und Geld fordern einfach, weißt du, was ich meine so mäßig, aber, also, bei meinem Modus operandi geht das nicht, weißt du, was ich meine, das ist einfach unmöglich, der Weg ist versperrt. Ich so, scheiße, Alter, und der hat mir schon direkt seine Visitenkarte und so einen kleinen Zettel mit dem Termin für den nächsten Tag, weißt du, gegeben. Ich so, krass. Ich so, okay, und ich guck noch, ich so, oben ist die Kamera, ich so, scheiße. Warst du in dem Moment genauso sprachlos wie jetzt? Ja, ja, ich war so ein bisschen perplex, aber ich musste ja trotzdem funktionieren, weil die durften ja nichts merken, weißt du, ich meine so, deswegen war ich da so ein bisschen nicht so, okay, überlege vorher noch dies, das und das Ding ist, guck mal, zwischendurch gab es auch noch eine heikle Situation, ich hatte ja Handschuhe an, um keine DNA zu hinterlassen, war ja Winter, bei minus 15 Grad und als der Typ kam, wollte ich mir die Hand geben, deswegen habe ich kurz die Hand, wäre mit Handschuhen ihm Hand geben, weißt du, kommt doch ein bisschen, ich habe gesehen, er will mir die Hand geben, ich habe meinen Handschuh schnell ausgezogen, habe ihm kurz die Hand gegeben und habe den Handschuh schnell wieder angezogen in der Bank, weißt du was ich meine, damit ich ja nicht irgendwas anfasse oder sonst irgendwas, habe dann seine Visitenkarte genommen, habe diesen kleinen Zettel mit dem Termin genommen, so, und meinte, okay, guck mich nochmal um so und denke mir innerlich so, ey, wenn ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet, was hier eigentlich gerade los ist, ach du Scheiße, Alter, denk mir, egal, scheiße drauf, weißt du, und gehe einfach, mir nur so, ey, das habe ich gar nicht so, weißt du, kommen sehen, so gar nicht, weißt du, ich so, scheiße, okay, 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 aber ist zwar schief gegangen quasi, ne, aber mit Optionen auf Neuversuch, so, ja, klar, okay, ich so, okay, was hast du dann gemacht, wo bist du hingegangen? Ich bin direkt wieder nach Hause gefahren, aber du bist wieder ganz nach Wolfsburg gefahren? Ja, ich bin direkt wieder nach Hause gefahren, weil ich hatte für den Tag jetzt nicht geplant irgendwie, ich hatte kein Hotelzimmer oder sonst irgendwas, weil die Plan war ja zu flüchten, die dann nach, verstehst du, Auto pennen irgendwo, mich vielleicht noch auffällig machen, weil ich im Auto penne, wo Polizei kommt, was los, neben vielleicht Personalien, nein, nein, weißt du, deswegen bin ich, so habe ich sofort die Stadt verlassen, weißt du, was ich meine? So, okay, wie lange fährt man von Berlin nach? So, je nachdem, wie die Autobahn frei ist, je nachdem, was für ein Auto du hast, rechne mal so eineinhalb, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, weißt du, je nachdem, weißt du, das sind so 300 Kilometer, 250, 300 Kilometer, weißt du, ich meine, also ist schnell gemacht eigentlich, weißt du, nichtsdestotrotz, wenn du voll auf Adrenalin bist, so und dann kann dir das schon wie eine ganze, ganze Strecke vorkommen, so, natürlich, natürlich, bin ich nach Hause gekommen und natürlich unterwegs, auf der Autobahn zurück, du überlegst die ganze Zeit so, okay, was war das jetzt, Alter, was war das jetzt, war das jetzt ein Zeichen von oben vielleicht, sollte ich es vielleicht lieber lassen, war das vielleicht der Ultimative, dieses, weißt du, was ich meine, und du spulst schon so ein bisschen in deinem Kopf, so ein bisschen die Zeit vor und denkst dir, stell dir vor, das Ding geht jetzt schief und du sitzt da und denkst dir, guck mal, du wurdest gewarnt, du hattest diese Möglichkeit. Das waren deine Gedanken, die sind dir durch den Kopf. Ja, ich hatte diese Gedanken, ich so, ey, lass das nicht so enden, bitte nicht, bitte nicht, so, und ich hatte wirklich auch die Gedanken, so, soll ich abbrechen vielleicht, war das vielleicht ein Zeichen, weil das geht damit einher, war das vielleicht ein Zeichen oder, weißt du, aber dann kommt wieder so diese, bei mir, ein Bruder, wenn du was willst, du musst dranbleiben, verstehst du, das ist so, stell dir mal vor, du willst etwas, du hast ein Ziel, du willst etwas und dann fährst du kurz an, das ist warm und du so, oh nee, egal, egal, scheiß drauf, scheiß drauf, egal, egal, ich hab versucht, nein, dann zieh dir Handschuhe an und nimm, dann hast du es, das ist doch dein Ziel, verstehst du, deswegen hab ich mir gedacht, okay, ich muss einfach nur entschlossener an meinem Ziel arbeiten, weißt du, und das war es, das war bei mir dann, was komplett falsch war, woran sich auch keiner ansonsten sollte man sich das nicht als Vorbild nehmen, so, im Kriminellen oder sowas, auf jeden Fall hab ich mir gedacht, okay, alles klar, ich bin so Dickkopf, weißt du auch, das war eigentlich klar, dass ich da ein zweites Mal hinfahre, weißt du, ich hab nochmal eine Nacht drüber geschlafen und so, dies und das, aber ich musste ja schon vorher, bevor ich schlafen gehe, die Entscheidung treffen für den nächsten Tag, dies und das und jenes, vorbereitungen, mussten getroffen werden, bla bla, ähm, ja, und wäre ich das zweite Mal nicht hingefahren, würden wir heute nicht hier sitzen, dementsprechend hab ich mich das zweite Mal wieder dasselbe, Adrenalin und, ne, und alles drum und dran, äh, geh da rein, also so in die Bank, wieder das gleiche, park mein, äh, Auto hinten, ich weiß nicht, wer sich auskennt, in Zehlendorf, hinter der Bank ist so ein Parkplatz und wenn du mal vor dem Parkplatz brauchst du so ein paar Minuten nochmal in die Bank, ähm, ja, ich geh da präpariert mit meinem Koffer natürlich, ne, und so weiter und so fort, ne, äh, los und, ähm, das, das, das Paradoxe war, ich bin auf dem Weg dahin und, äh, bevor die Deutsche Bank kommt, kommt einmal auf der rechten Seite nochmal eine andere, ich weiß nicht, ob das eine Commerzbank oder Sparkasse ist, ist ja auch scheißegal, komm noch kurz davor und ich geh so diesen Weg, ich geh, ich geh und ich schwöre in dem Moment, ich, ich befinde mich grad auf der Bank und ich hab grad so ein bisschen Tunnel, ne, ich hab grad so ein bisschen Tunnel, ich nehm nicht so richtig wahr, die anderen Gesichter, was reden und so, weißt, ich bin grad in meiner Welt, in meiner Gedankenwelt gefangen, so, und versuche meine Angst zu kontrollieren, mein Adrenalin zu kontrollieren, dass ich immer noch konzentriert bleibe und meinen Job sauber ausführe, weißt du, so, das ist das Wichtigste in dem Moment, so, dass du deine Angst, jeder hat in dem Moment, jeder, okay, dass du deine Angst kontrollierst, weil wenn du zu viel Angst hast, dann fängst du an zittrig zu werden und irgendwas, ne, und dann ist nix, man macht Fehler, ja, und Adrenalin ist genauso, wenn du mit Adrenalin durchflutet bist, dann ist es, guck mal, es kann zwei, äh, zwei Möglichkeiten geben, ja, entweder, du bist voll konzentriert dann und nimmst alles so ein bisschen in der Zeitlupe wahr und bist so, weißt du, so, nimmst alles sehr, sehr deutlich wahr, alles spielt sich so ein bisschen langsam ab, so, oder du verlierst halt komplett die Kontrolle und kannst halt gar nichts mehr, weißt du, so, und bei mir ist dann immer so ein Moment, so, bei mir, wenn jetzt Adrenalin kommt, ich, ich gehe in so eine Konzentrationsphase rein, weißt du, so, und, weil du musst dir vorstellen, du kommst in diese Bank rein, du musst, du bist alleine, du weißt, da ist keiner mehr, okay, du musst diese ganze Menschenmenge, die da drin ist, mit der ganzen Sicherheitstechnik, du musst alles irgendwie beachten, die Bewegung, wer geht nach da, komische Geräusche, komische Actions, irgendwas, du musst alles beobachten, das heißt, du musst auch diese Konzentriertheit aufweisen, sonst geht es schief, weißt du, was ich meine, du hast ja gesehen, bei mir ist es trotzdem schief gegangen, so, sonst würden wir halt nicht sitzen, wie gesagt, weißt du, so, auf jeden Fall gehe ich da, gehe ich da voll in meinem Tunnel und auf einmal, das Auto stand wohl, oder kam eben gerade, ich denke mal, die standen da schon eine Weile, auf einmal gehen so Züren auf, von so einem Geldtransporter und so drei, vier, fünf Leute kamen raus, mit Koffern so, weißt du, so fünf, sechs Koffer hatten die so und ich so, ne, und die gehen so genau vor mir, gehen die so vorbei und gehen in die Bank rein, weißt du, ich hab nur so kurz überlegt, ich so, soll ich vielleicht kurz Planänderungen machen, Alter, soll ich mir kurz versuchen, so einen Koffer zu schnappen und einfach wechseln auf, weißt du, weißt du, was ich meine, ich schwöre, ich hab kurz überlegt, so behindert, ne, ja, ich hab kurz überlegt, dann hab ich gesagt, nein, bist du doof, also du bist auch davon safe ausgegangen, die haben jetzt ne Menge Bargeld dabei und bringen das grad in die Bank und du nimmst es dann einfach von der Bank wieder weg. Ja, also safe war da Geld drin, ich meine, die waren, also es war nicht so, dass die Geld weggebracht haben, sondern Geld gebracht haben. die haben Geld gebracht, die haben Geld gebracht auf jeden Fall und mit Koffern voll, fünf, sechs Stück und fünf, sechs Leute waren dabei, weißt du, siehst du auch nicht immer, das heißt, die waren richtig vorbereitet auch, die waren wie so ne Kolonne, sind die genau vor mir so, sind die so vorbeigegangen, wie so ne Kolonne an die vorbeigeschoben, ich so, alter krass, egal, bleib bei deinem Plan, weißt du, verfolg dein Ziel, so scheiß drauf. Bin weitergegangen, gehe so in diese Bank rein, melde mich an der Rezeption, sage so und so und so, ich hab hier Termin, bla bla bla, bei Herrn so und so, okay, alles klar, hat sie ihn gerufen, kam der, ja, hat mir erstmal Kaffee angeboten und so weiter und so fort, ich meine, dankend abgelehnt so und dann ist er ins Büro gegangen, so ne, und jetzt kommt ein ganz, ganz entscheidender Faktor, was der dazu beigetragen hat, warum das ganze Ding gegen die Wand gefahren wurde und zwar musst du dir vorstellen, normalerweise sind heutzutage solche Institutionen wie Banken so gebaut, dass viele Glasfassaden sind und so weiter und du kannst immer eigentlich von einem Punkt in den anderen, also von einem Ende bis zum anderen Ende der Bank gucken, egal wo du bist, du siehst, weißt du, was ich meine? und das war in den Banken, die ich vorher überfallen habe, immer der Fall, das bedeutet, dass ich, obwohl ich alleine war, immer den Überblick hatte über alles, verstehst du, ich wusste, okay, wo ist der Mitarbeiter, wo ist der, wo ist der, wo ist der, was macht der, okay, da kommt ein Kunde, wie viele Kunden sind hier gerade und, 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 und ich hatte alles im Blick und bei der Bank gibt es auf der unteren Etage nur zwei Büros, die das unmöglich machen, weil das sind Eckbüros und das sind so Wände und so und das, das verbirgt die Sicht ins Bankinnere sozusagen, das wusste ich vorher nicht, dass ich in dieses Büro geführt werde quasi, okay, wir gehen also in das Büro rein, setzen uns hin, ich stelle meinen Koffer ab, so wie immer und fange an den Sachbearbeiter zu therapieren, also ihm zu erzählen, was Sache ist, er ist noch voll happy, so haha, ist Freitag, ist kurz vor Weihnachten, so mäßig so und ich weiß noch, er saß so, 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 so vor mir, so mit einer Brille, so typisch Bank, also ne, er könnte auch vom Verfassungsschutz sein, weißt du, ich nehme mal gleich aus, kein Diss, ne Klaus, alles gut Bruder, weißt du, heißt der Klaus, heißt der Klaus, ja, ja, okay, wie gesagt, wenn du das siehst, schöne Grüße, wie gesagt, das ist nicht, ich versuche mich nicht über Opfer lustig zu machen oder sonst irgendwas, ne, er hat mich auch kennengelernt, wir kennen uns ja, du weißt, kennst ja, kennst mich ein bisschen so, von daher, er wird das schon, er wird das schon verstehen, das krasse finde ich, wie gesagt, dass immer Leute komischerweise im Internet irgendwas falsch verstehen wollen, obwohl, ja, die warten doch nur, wenn er das sehen würde selber, er würde wahrscheinlich noch, weißt du, also würde mich interessieren, Klaus, nochmal Aufruf, Alter, ja, falls es jemand kennt oder sonst irgendwas, der die Geschichte mitbekommen hat und so, wenn du mal reden willst oder sonst irgendwas, ich stehe mal bereit, so, ne, ob mit Kamera, ob ohne Kamera, ist scheißegal, weißt du, mich interessiert einfach, wie es ihm geht heute, was mit ihm passiert ist in der Zwischenzeit, wie er das verarbeitet hat und so weiter und so fort, interessiert mich wirklich persönlich, deswegen nochmal der Aufruf hier an Klaus, wenn du dich melden würdest, wäre geil, also. Klaus, bitte melde dich, ansonsten müssen wir Julia Leischig einschalten, von der Sendung vermisst. Genau so. Aber ganz kurz jetzt, zu Klaus, weil du das jetzt gesagt hast, meinst du, ist er nicht mehr bei der Bank? Ich vermute schon. Bist du schon mal in die Bank wieder reingegangen? Nein, ich war da. Du hast du ausverfugt? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, ich sag dir ganz ehrlich, die haben kein Hausverbot ausgesprochen. Nee. Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt reinkommen würde, da hängt ja nicht irgendwie so eine Liste von Bankräubern. Ich finde so, ey, die haben ihr Hausverbot, weißt du, und mein Foto ist da, sondern ich würde da einfach reinkommen. Kein Schwanz würde mich erkennen wahrscheinlich, weißt du. Wahrscheinlich nicht mal Klaus selber würde mich wahrscheinlich erkennen, weil ich ja heute auch ein bisschen anders, ich war ja da auch mit Brille maskiert, bisschen verändert und so, weißt du. Ich würde mich wahrscheinlich, wenn ich jetzt in meinem ganz normalen Outfit, so wie jetzt kommen würde, er würde mich gar nicht erkennen wahrscheinlich. Weißt du? Bruder, stell dir vor, du gehst in die Bank rein und Klaus sieht dich, er kriegt einen epileptischen Anfall, wenn er dich erkennt. Ja, das würde ich natürlich nicht, so viel Feingefühl habe ich natürlich, dass ich in so einer Situation nicht aussetzen würde. Ich könnte ja einfach da hingehen und sagen, ey, hier Klaus, was los Keule, hier, ich hab ein Bierchen mitgebracht, was ist los hier, aber stell dir mal vor, stell dir mal vor, er findet das gar nicht cool. Ja, das ist das Ding. Dann, vielleicht reißt das bei ihm irgendwas auf, verstehst du was ich meine? Man weiß ja auch nicht, was mit ihm passiert ist. Genau so, vielleicht hat er Therapie gemacht oder solche Dinge. Nee, also wir werden ja im weiteren Verlauf, wir erfahren noch, was mit ihm passiert ist. Wir werden das im weiteren Verlauf noch sehen. Deswegen kann ich auch so drüber sprechen, weißt du? Sonst würde ich das noch nicht tun. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, also Klaus sitzt dann so vor mir, so, ne, mit einer Brille, ganz, ganz sympathisch, ein netter Typ, so, ne, grinst mich an, so ganz, dings, und sagt so, wie kann ich ihm helfen? Weißt du? Und ich so, also, erst mal, es geht nicht um mein Bankkonto, es geht auch nicht um Arbeit oder sonst so irgendwas, ne, hier geht's nicht darum, sondern, das ist ein Banküberfall. Ich hab hier einen Koffer dabei, da ist eine Bombe drin, so, und es gibt nur zwei Wege, wie gesagt, entweder ich verlasse die Bank mit Geld oder wir fliegen hier alle in die Luft, wie immer, weißt du? Selbe, selbe Nummer, wie immer. Ähm, und er, wie war sein Gesichtsausdruck? Das werde ich auch nicht vergessen, guck mal, das ist ja das Geile, das werde ich auch nicht vergessen, ja, und er guckt mich an, so, grinst immer noch, mhm, Ach so, er hat gedacht, das ist ein Choke oder so. Entweder er war schockiert oder er dachte, okay, der macht grad irgendwie so einen komischen Bankräuberspruch, weißt du, und dann, er hat's nicht geglaubt, er hat's nicht geglaubt, und ich merke das, ich so, alter, meine Glaubwürdigkeit ist grad in Gefahr, so, was geht denn hier für ein Film, ne, so, ich hab gar nicht verstanden, so, hab ich mir gedacht, okay, vielleicht wegen der Brille seh ich aus wie ein Student und dann glaub mir nicht, weißt, vielleicht seh ich nicht so aus, vielleicht muss ich mehr Bankräuber raushängen lassen oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hab ich meine Brille so runter gemacht, hab ich ihn, weißt du, bin ich auch an ihn rangegangen, so, hab ich ihm in die Augen geguckt, ne, hab ich das nochmal wiederholt, ne, meinte, guck mal, seh ich grad aus, ob ich Spaß mache, weißt du, und nur aufgrund meinen Augenausdrucks hat er direkt gemerkt, so, wow, weißt du, und ist zurückgegangen, so, weißt du, und hat erstmal angefangen zu arbeiten in ihm und so weiter und so fort, ne, dann hab ich ihm erklärt und so weiter und so fort und er wollte natürlich mir sagen, dass er nur ein Sachbearbeiter ist und gar kein Geld hat und bla 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 und so weiter, ich hab ihm erzählt, ja, ich weiß das alles und so, ne, ich mach das nicht zum ersten Mal, bleib ruhig, weißt du, so, ähm, ich bin hier nicht wegen dir, ne, du bist nur Mittelsmann quasi, ich brauch deinen Chef, ich brauch den Bankdirektor, ich brauch den, der das Sagen hat, so, ne, ich weiß, dass du an nichts rankommst, so, äh, ja, äh, ja, okay, der ist oben, zwei Etagenbank, ne, äh, steht auf, so, nimmt so Schlüssel, ne, nimmt so sein Handy und will so an mir vorbeigehen, du musst dir vorstellen, war so wie hier, du musst dir vorstellen, hier war so die Tür, die Eingangstür vom Büro, er saß dann so, wo du sitzt, ich saß hier, also das heißt, er ist aufgestanden und wollte quasi so rum den Tisch und hier raus, aus der Tür, ja, ich hab das gesehen, ich so, oh, ich bin grad aufgestanden, ich so, ey, dicker, komm, wohin, du nimmst grad Schlüssel, Autoschlüssel, auch noch, ja, Autoschlüssel gleich auch noch, okay, Handy hätte schon gereicht, aber du nimmst auch noch Autoschlüssel mit, Bruder, jetzt war ich ernst, 15 oder was, lass doch diese Filme, setz dich mal hin, weißt du, er so, ja, ich wollte, ich wollte Herr Menike holen, also, diesen Bankdirektor, weißt du, ich so, nein, 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 Bro, Bro, setz dich mal hin, guck mal, du hast hier ein Telefon auf dem Tisch, du wirst ihn anrufen, ganz einfache Geschichte, hier verlässt niemand mehr das Büro jetzt, weißt du, das ist vorbei, die Nummer, so, ah, okay, okay, legt sein Handy, seinen Schlüssel wieder hin, setzt dich wieder hin, okay, ja, aber was soll ich sagen, ich hab's auch so nicht gemacht und so, was soll ich sagen und so, ich sag ihm, guck mal, du sagst ihm, hier ist ein Kunde, du hast ein Problem, du sagst ihm nicht welches und du kommst hier ohne seine Hilfe nicht weiter, er soll bitte runterkommen, fertig, er ist ein Vorgesetzter, wenn du ihn anrufst und sagst, du hast ein Problem, dann bitte runterkommen, fertig geht, weißt du, da gibt's gar keine Frage, so, fertig, okay, er so, okay, er nimmt den Hörer und jetzt, Bruder, wiederhole ich das nochmal, was ich schon mal in der Einleitung, was du in der Einleitung schon mal gesagt hast und ich weiß nicht, Bruder, warum das in meinem Kopf so geblieben ist, ich hab das ja schon wieder, mit einer Präzision, Bruder, wie ein Deutscher, nur das kann ich, ich schwöre es über Gott, er nimmt diesen Hörer und ich werde das auch in meinem ganzen Leben, wenn ich mit 80 bin, werde ich das nicht vergessen, auf meinem Sterbebett werde ich diesen Moment nicht vergessen, weil der war, der alles zerstört hat, diesen ganzen Banküberfall, diese ganze, alles, alles zerstört hat einfach, ja, diese ganze Seifenblase hat platzen lassen, ist in genau in dieser Sekunde, er nimmt den Hörer und sagt, ja, Hermenike, hier ist ein junger Mann mit einer Bombe und droht uns alle in die Luft zu sprengen, wenn wir ihm kein Geld geben, paf, in einem Satz einfach, die ganze Info, gedroppt, Alter, ich so, nee, hat er nicht gemacht, Alter, hat er nicht gemacht, Alter, und intuitiv ist in meinem Magen, kennst du das, wenn du so auf Achterbahn bist, so ganz oben, dieses, so in meinem Magen hat genau dieses Gefühl angefangen und ich wusste, oh oh, hier läuft gerade was mächtig schief, Alter, weißt du, hier läuft gerade was mächtig schief, Scheiße. Hast du nicht zu ihm gesagt, was laberst du für eine Scheiße, ich hab dir was ganz anderes gesagt? Ja, natürlich, natürlich, ich hab erst mal den Hörer, weißt du, also ich bin ja aufgestanden, so hin und her, hab den Hörer genommen, so hin und her, dies und das und das und das und das, ähm, hab ihn erst mal angeschrien, so, ne, so, ich meinte, Dicker, was ist los mit dir, du spielst mit deinem Leben, Dicker, du spielst mit deinem Leben gerade, was ist los mit dir, was geht denn deine Birne, so, ich hab's nicht verstanden, Bruder, weil das war so, das war so lebensmüde, das war so, Dicker, ich bin grad, ich hab mein Leben abgeschlossen, wenn du wüsstest, wie mein Leben ist, wenn du wüsstest, dass du grad dein Leben riskierst, Dicker, mit so einer Aktion, warum machst du so, ja, warum, so, ey, komplett sinnlos auch noch, ja, so, ist nicht mal dein Geld, nix, dies, das, jenes, du hast dir ne, ey, ne, guck mal, das ist das eine, aber Bruder, jetzt noch ernst, hätte er anders reagiert, die ganze Show hätte 15 Minuten gedauert, ich war weg mit Geld, das war's, keine 10 Stunden Geiselnahme, kein, du weißt doch, wie die sind, Bruder, er hat so getan, als wäre das sein Geld, was da ist, weißt du, ja, das sind wieder Deutschen, weißt du, die sind so, die arbeiten in einer Firma so, und die fühlen sich auch die, so, das ist meine Firma, das ist genau, das ist so, von meinem Vater hat noch die Firma, genau, hier klaut keiner 5 Euro aus, weißt du, so, ist ja auch gut, Bruder, ist ja auch gut, bei uns Ausländern, der Ausländer selber packt eine Kasse, der Ausländer selbst soll draus, Bruder, bei denen ist alles, Bruder, die Firma gehört den ihren Vater, genau so, genau so, sogar bei ihrem eigenen Vater aus Kiosk, glaube ich, sogar da, Bruder, genau so, bei Deutschen ist es so, die kennen den Chef nicht, der Chef fährt Porsche, er fährt Fahrrad, egal, er setzt sich für diese, nein, nein, das machen wir so nicht, die riskieren ihr Leben einfach, weißt du, so wie er, weißt du, was ich glaube, ich habe im Nachhinein im Gefängnis so oft darüber nachgedacht, warum hat er das gemacht, ja, weil, guck mal, es ist ja nicht so, dass ich ihn mal freestylen lassen, von wegen so, ja, lass dir mal was einfallen, wir machen mal einen Wettbewerb hier, nein, ich habe ihm ja genau gesagt, weil ich weiß, es ist eine anstrengende Situation für den Bankmitarbeiter, er wurde noch nie überfallen, es ist was Neues, für mich auch, aber trotzdem so, ich muss ihm genau sagen, was zu tun ist, ich habe den Fahrplan, er nicht, deswegen habe ich ihm ja gesagt, was er sagen soll und jetzt verstehe ich nicht, entweder hat er das bewusst gemacht, verstehst du, weil er vielleicht wusste, okay, das ist meine letzte Chance quasi, auf mich aufmerksam zu machen, weil wer weiß, was der Typ, da haben wir uns ja gerade erst kennengelernt, da kannten wir uns ja auch nicht, weißt du, ich meine, das war ja noch ganz frisch, vielleicht bin ich voller Psycho, weißt du, vielleicht stelle ich seinen Kopf ab, oder so eine Scheiße, wer weiß, so, oder es war als Aufregung vielleicht, weißt du, also ich, bis heute weiß ich es nicht, deswegen würde ich gerne mit ihm reden, so, weißt du, auch, also nicht, also nicht nur deswegen, aber das ist eine Sache, weswegen ich wirklich, was mich wirklich brennend interessieren würde, so, warum er sein Leben quasi riskiert hat, in dem Moment, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich weiß es nicht bis heute, ich vermute, ich vermute, aus Aufregung, aus Adrenalin heraus, irgendwie sowas, keine Ahnung, vermute ich, weiß ich nicht, ist auch egal, auf jeden Fall, ich so, okay, scheiße, intuitiv habe ich gemerkt, das Ding ist hier, äh, an einem Wendepunkt, weißt du, angelangt, und sich überlegt, okay, was machst du jetzt, was machst du jetzt, ich schreibe ihm, was hat er denn gesagt, also dein, dein Vorgesetzter, er kommt gleich, ich so, wie, er kommt gleich, ja, ja, ich so, okay, Jackpot, ja, der kommt, ja, der Hauptsache, er kommt, ja, ich habe mir gedacht, pff, hat Eier, Alter, weißt du, und dir sagt einer, hier sitzt einer mit einer Bombe, dicker, und du sagst, ja, ich bin gleich da, warte, warte, geh doch kurz auf Toilette, ich bin gleich da, scheiße voll, weißt du, ja, und ich, Idiot, wie naiv ich bin, weil ich davon ausgehe, dass Leute so sind wie ich, kennst du das, beruht dir jetzt von Grund auf deinem eigenen Denken so, und ich habe mir, guck mal, du musst dir vorstellen, das Ding ist ja, genau an dem Punkt, musste ich ja freestylen, vorher hatte ich meinen genauen Plan, aber ab dem Punkt, musste ich freestylen komplett, so, okay, dann habe ich überlegt, ich so, scheiße, 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 Alter, machen wir das jetzt, ähm, äh, ich so, äh, okay, du sagst, er kommt gleich, ja, ich so, überlegt, okay, warte, Vorgesetzter, er ist ein Vorgesetzter, wie wahrscheinlich ist es, dass er kommt, wenn ich Vorgesetzter wäre, ich habe die Verantwortung bei ihm, er ist mein Arbeiter, das heißt, verstehst du, ich habe dann so, aus dieser, äh, heroischen Sicht gedacht, so, er ist der Vorgesetzte, er hat die Verantwortung, er wird kommen und sagen, hier, nimm mich, lass ihn, wie ein Hollywoodfilm, weißt du, so, nimm mich, so, der Polizeichef geht hin und sagt, nimm mich, so, dance to Washington, weißt du, nimm mich, nimm mich, lass ihn los, er ist nur ein kleiner Streifenpolizist, Streifenhörnchen, lass ihn, lass ihn, nimm mich, ich bin doch ein Polizeidings, da hast du doch viel wertvollere Pfand, so, 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 diese Filme, weißt du, ich so, okay, weißt du, dann habe ich kurz gewartet, ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, es wird nicht viel gewesen sein, vielleicht eine Minute, vielleicht zwei, vielleicht drei, keine Ahnung, Adrenalin, dies und das, ich warte, 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 Zeit vergeht, also irgendwie passiert nichts, weißt du, ich denke mir, okay, alles klar, ich stehe kurz auf und wie gesagt, die Tür war hier, muss ich vorstellen, nur ein paar Schritte und ich bin an der Tür, überlege, überlege, ich so, vielleicht gucke ich mal kurz, vielleicht riskiere ich einen Blick in die Bank rein, mal gucken, was da los ist, ich habe natürlich innerlich schon das Gefühl, oder die Befürchtung, okay, Alter, wenn der jetzt die Bullen gerufen hat, dann wird hier schon alles evakuiert gerade und dann wird hier gerade schon alles umstellt, ist vielleicht schon umstellt, ist dabei, umstellt zu werden, wie auch immer, scheiße, aber meine Hoffnung innerlich hat natürlich noch gebrannt, so vom Wegen, okay, er kommt, er kommt, er kommt, das Ding rette ich noch, ich rette das Ding, ich rette das noch, dann gehe ich irgendwann, mache diese Tür auf und dann war so noch so ein ganz, so kleiner Flur, so vier, fünf Meter, ich muss durch diesen kleinen Flur gehen, dann konnte ich so, in die Bank reingucken, so, und diesen Moment werde ich auch niemals vergessen, so, ich gehe durch diese ganz langsam, und ich merke schon Ruhe, so, ne, komische Ruhe, da waren vorher noch 40 Mann, vor ein paar Minuten, wo ich reingekommen bin, jetzt plötzlich so eine Ruhe, und hektisches Treiben und so, war vorher, und jetzt plötzlich so, ich gehe, ich gehe, das war so ein langer Gang, ich gucke in diese Bank rein, und sehe noch, und das hat sich wirklich in meinem Gehirn gebrannt, dieser leicht drehende Stuhl noch, weißt du, krass, die Bank ist leer einfach, leer gefickt, keiner, keiner, keiner ist da einfach, die ganze Bank ist leer, und ein Stuhl dreht sich noch so ein bisschen, als ob einer auf Hektik so losgestratzt ist, und sein Stuhl dreht sich immer noch mäßig, weißt du, ich so, okay, scheiße, da war mir klar, die Bank ist evakuiert, die Polizei ist alarmiert, das Gebäude ist entweder umstellt, oder da wird gerade umstellt, genau, eins von beiden, was anderes ist keine Option, ich gehe also zurück in das Büro, mache Tür zu, setze mich hin, überlege, überlege, überlege kurz, Klaus ist auch da, er sitzt auch da, ich überlege, 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 denke, okay, scheiße, 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 was machen, was machen, und dann dachte ich mir so, scheiße, Alter, es ist doch, also ich habe kurz überlegt, soll ich jetzt loslaufen, soll ich jetzt einfach raus, dies, das, jenes, aber ich wusste ja, mein Auto steht draußen auf dem Parkplatz, weißt du, so, ja, wenn ich jetzt rausgehe, erstens die Bank ist dabei evakuiert zu werden, beziehungsweise ist schon evakuiert, draußen vor der Bank steht wahrscheinlich schon eine Meute, die nur darauf warten, die den Haupteingang der Bank fixiert haben, wie sonst was, und wenn ich da jetzt rausstratze und zu meinem Auto laufe, da werde ich wahrscheinlich drei Helden dabei haben, der eine auf dem Fahrrad, der eine mit dem Smartphone, der eine mit dem, keine Ahnung was, und ich schaffe es wahrscheinlich nicht mal in mein Auto einzusteigen, und wenn ich es schaffe, ins Auto einzusteigen, werde ich damit also niemals entkommen, weißt du, was ich meine? Ich so, okay, scheiße, Alter, das heißt, rausgehen ist jetzt keine Option mehr, weißt du, dann habe ich, das nächste Gedanke war, okay, ist die Bank schon umstellt oder nicht? Und das Büro war an der Außenfassade, quasi, wo ich mit ihm drin war, und mitten da auch mit, also Glas von oben bis unten, da waren so, so wie Lamellen so, weißt du, so wie Dings, bin ich da ran so, bin richtig an die Dings, und du musst dir vorstellen, vorher, also, die Lamellen waren so milchig, das heißt, wenn Leute vorbeigegangen sind, hat man so die Schatten gesehen, weißt du, oder die Umrisse, und es war ja kurz vor Weihnachten, eine sehr belebte Ecke in Zehlendorf, Leute suchen Weihnachtsgeschenke, Pipapo, es ist Freitag, ja, so, da sind die ganze Zeit Menschen vorbeigegangen, auf einmal war da keiner mehr, ich habe mich gewundert, und ich guck, 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 und dann habe ich mich richtig an die Scheibe gedrückt, damit ich, weißt du, damit der Winkel verkleinert, damit ich weiter gucken kann, und habe ganz am Ende der Straße einen gesehen, der solche Bewegungen macht, weißt du, so, der die Leute umlenkt quasi, da waren wir bewusst, deswegen läuft hier keiner mehr vorbei, die haben schon, die sind schon da, die lenken schon die Leute von der Bank weg, weil Bombendrohungen waren, verstehst du was ich meine, ich so, okay, scheiße, das Ding ist umstellt, auch wenn da jetzt nur ein, zwei, drei Zivilbullen draußen sind, ist schon vorbei, ist schon vorbei mit Flucht, ist schon fertig, ist schon durch, weil viele fragen dann, viele sagen mir dann, weißt du doch, aus ihrer, vom Sofa aus, mit Chips Tüte in Hand, noch nie in so einer Situation, auch noch annähernd gewesen, schreiben mir dann so, oh Bruder, an dem Punkt hättest du fliehen müssen, dann wäre alles gut gewesen, Bruder, genau da, 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 da war der Fehler, du bist dumm, du hättest da auf abhauen müssen, dann wäre alles gut, weißt du was ich meine, so, du musst die Dynamik, das Adrenalin verstehen, und alles drum und dran, weißt du was ich meine, und die ganze Situation, das waren Bruchteile von Sekunden, in dem Moment, wo ich gepeilt habe, dass die alarmiert sind, und in dem Moment, wo ich dann, aus dem Ding geguckt habe, das war eine Zeit vielleicht von einer halben Minute, einer Minute, weißt du, und dann wusste ich schon, okay, das war, das heißt, ich habe gesehen, die Bank ist umstellt, gehen das Büro rein, gucke raus, und das Ding ist schon umstellt, das heißt, was für Pflichten, wohin, wäre ich in dem Moment rausgelaufen, nicht der, weißt du was ich meine, erst recht, vielleicht sogar noch schlimmer, egal. Ja, der einzige Weg wäre, glaube ich, gewesen, nach seinem Anruf. Auch da wäre es eventuell, also, guck mal, normalerweise, so, du hörst, ey, hier ist ein junger Mann, eine Bombe, er droht uns in die Luft zu springen, wenn wir kein Geld geben. Buff, in dem Moment, wo er das sagt, direkt loslaufen. Ja, genau, genau. Oder sagen müssen, das war Spaß, oder keine Ahnung, aber dein Adrenalin halt. Ja, Bruder, das ist schon Feierabend, mit Spaß, war er nicht mehr, Bruder, da war schon, da war schon zu viel passiert, mit Spaß war er nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, bin ich wieder reingegangen, hab mich hingesetzt, und genau an dem Punkt, hab ich ungefähr gemerkt, so, okay, ich hab hier eine Geiselnahme am Arsch gerade. Verstehst du, das hab ich erst da realisiert. Ich so, what the fuck, Alter, ich bin hier gerade verschanzt, weißt du, was ich meine, mit ihm, so, und dann war kurz Überlegung, zieh ich das jetzt durch? Also, diese Geiselnahme jetzt. Oder realisiere ich jetzt, das ist eine Geiselnahme, und lass ihn los, und sage, okay, ciao, weißt du, was ich meine, bis hier und nicht weiter, so. Und da ich wie, ein Dickkopf wieder rum bin, hab ich mir gedacht, okay, dann dribbeln wir die Scheiße halt, weißt du, was ich meine, so wie ich mir immer irgendwie gedacht habe, ich dribbel das Ding irgendwie, und dann ist es nach hinten losgegangen, so, war es auch in diesem Fall, weißt du, und hab mir gedacht, okay, alles klar, Geiselnahme, Geiselnahme, okay, war nicht geplant, so, noch nie, noch nie, hab ich mir noch nie vorgestellt, eine Geiselnahme zu machen, oder so, aber ich hab schon natürlich die eine oder andere Doku gesehen, den einen oder anderen Hollywoodstreifen, so, der in diese Richtung geht, und dann automatisch dein Gehirn fängt an, alles hervorzuholen, was du zu Geiselnahmen weißt, und das ist so ein automatischer Prozess, der spielt sich automatisch im Kopf ab, so, also ich hoffe, dass es bei allen so ist, keine Ahnung, wegen Geiselnahme, war nicht geplant, es war nicht geplant, ich realisiere gerade, ich hab gerade eine, und versuche gerade mich zu erinnern, okay, was weißt du, wie sollst du dich verhalten, wie dribbelst du das Ding, weil, mein erster Gedanke war natürlich, okay, Geiselnahme, gibt es eine Möglichkeit, noch irgendwie rauszukommen, jetzt hab ich eine Geisel, ich kann Forderungen stellen, die ist das, jenes, bla bla bla, und dann hab ich irgend so ein Hollywood-Fluchtplan, ist in meinem Kopf entstanden, oder ich frag mich bis heute, ne, wie das passiert ist, so, ähm, ich hab mir gedacht, okay, alles klar, innerhalb von Minuten, ne, ist das so entstanden, so, ich hab mir gedacht, okay, ich fordere jetzt einen Fluchtwagen, äh, weil es wird sich ja jemand melden, mir Kontakt aufnehmen, irgendwas, ne, dann werde ich einen Fluchtwagen fordern, dann werde ich zwei, Handschellen bestellen, also zwei Paar Handschellen bestellen, ähm, ja, und dann, flüchte ich mit der Geisel zusammen quasi, ja, ich lass ihn einsteigen, fessel ihn mit den Händen, mit beiden Händen am Lenkrad, damit er nicht weglaufen kann, so, und lass ihn fahren, weißt du, so, damit er quasi mein Fluchtfahrer, und dann hab ich mir gedacht, okay, wie mach ich das jetzt, wie komm ich dann wieder raus aus der Situation, ich kann ja nicht mit ihm einfach, so, haben wir so lange gefahren, bis die Bullen kein Sprit mehr haben, oder was, geht ja nicht, weißt du, ja, geht ja nicht, okay, ich so, okay, 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 dann machen wir so, wieder Hollywood, ich schwöre, zu viele Filme geguckt, ich schwöre, guck mal, guck mal, was ich denke, ich denke mir, wir fahren, wir fahren, wir fahren, und ich seh das von meinem geistigen Auge schon, wie so ein Film, weißt du, wir fahren, wir fahren, wir fahren, und dann kommt irgendwann eine Unterführung, okay, das denkst du dir, und ja, das hab ich mit Planung, wir fahren irgendwo, ich hab mir so gedacht, so wie Geiselbeck Drama, äh, Geiselbeck, äh, Gladbeck, Geiseldrama, weißt du, ja, ja, wir fahren so da, hier, da, links, rechts, hier schütteln die Bullen ab, weißt du, was ich meine, so hin und da, so mäßig, weißt du, auf jeden Fall, ich hab mir gedacht, wir werden die, weil ich hab ja eine Bombe, angeblich, ich droh ja mit einer Bombe, äh, das bedeutet, die werden schon Abstand halten, so mäßig, und wir warten auf eine Unterführung, und wenn wir bei einer Unterführung sind, ich warne ihn schon vorher, ich sag, komm mal zu, sobald wir bei der Unterführung sind, bremst du sofort ein bisschen ab, also du bremst sofort, sobald wir unter der Unterführung sind, bremst du sofort direkt ab, stark, ich steig kurz aus, und danach fährst du direkt mit Schnelltempo wieder weiter, weil ich, ich hab mir ja gerechnet damit, dass die Wagen hinter uns, dass wir die vielleicht ein bisschen weiter hinten halten können, damit die uns quasi in Sicherheit wägen können, aber die Hubschrauber werden oben sein, die werden das sehen, verstehst du, deswegen hab ich mir gedacht, okay, alles klar, ich brauch eine Unterführung, damit ich in der Unterführung rausspringen kann mit dem Geld, und ihnen sage, äh, ey, hör zu, der Koffer ist noch hier in deinem Auto, genau, ne, wenn du, wenn du irgendwelche Faxen machst, ich schwörst, ich spreng dich noch vom Feld weg, weißt du, was ich meine, so mäßig, obwohl ich, blöff alles, aber trotzdem, ich hätte eben diese Angst halt gemacht dann in dem Moment, also zumindest war das der Plan, ich wäre dann so aus dem halbfahrenden Auto, so, 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 Bruce Willis mäßig so rausgejumpt, weißt du, mit meinem Geldkoffer so, weißt du, dann wäre ich so auf der Flucht mäßig, weißt du so, über, über Stock und Stein, und dann hätte ich mich so angemalt, so, weißt du, hätte mich da irgendwo verbuddelt, drei Tage im Schlamm, so mäßig, weißt du, was ich meine, und dann wäre ich irgendwann nach drei Tagen aus dem Schlamm mit meinem Geldkoffer und wäre nach Thailand gefahren, so mäßig, weißt du, geflogen, so in der Art, weißt du, hab ich mir das vorgestellt, so, ich so, okay, okay, hört sich nach einem guten Plan an, weißt du, machen wir, weißt du, so, mal gucken, wie weit wir kommen, so, äh, ja, auf jeden Fall hab ich mir gedacht, okay, alles klar, okay, okay, dann ziehen wir das durch, so, und ab da hatte ich eine neue Mission, weißt du, ab da war die Mission, okay, alles klar, wir haben jetzt hier Geisel-Namen, Digga, was machen wir, so, und dann, ähm, hat es auch nicht lange gedauert, und, äh, und da war irgendein, irgendein Polizist war dran, so, und redet mit ihm, ja, so, dies, das, geht's Ihnen gut, und so, bla, 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 und so weiter und so fort, ähm, und du musst dir vorstellen, die erste, da ich ja noch den Plan hatte, ich komm hier heil raus, hab ich die ersten Stunden mit, mit diesen Verhandlungsführern gar nicht kommuniziert, also selber, sondern, wie viele Stunden ging das? ähm, insgesamt meinst du? Ja, von der Geiselnahme, sag ich mal, bis, egal, Rede. Äh, guck mal, das hat, äh, guck mal, äh, keine Ahnung, drei, drei, vier Stunden ungefähr, hab ich mich mit denen nur, äh, unterhalten, per Kontaktmann, also, meine Geisel war der Kontaktmann, er war am Telefon quasi, äh, okay, ihm wurde die Frage gestellt, er hatte Lautsprecher, ich konnte die Frage hören, das heißt, er musste das nicht wiederholen, aber ich, hab, ich hatte so eine G-Star-Jacke, so eine richtig dicke, extra für diesen Überfall gekauft, hab die mir so ins Gesicht gezogen, hab die als, äh, Polsterung genommen sozusagen, weil meine Stimme so wie jetzt, ein bisschen gedämpft ist, weißt du, meine Stimme verändert ist, äh, weil ich nicht wollte, dass die mit Stimmenanalytikern oder so rangehen, und hin und her, weißt du, weil ich hatte ja einen Fluchtplan, so mäßig, so mäßig, okay, ähm, dementsprechend hab ich die ganze Zeit ihm gesagt, was er sagen soll, und er hat dem, dem anderen Typen gesagt am Telefon, was ich gesagt habe, ja, so als Vermittler sozusagen, okay, äh, meldet sich erstmal der Erste und ist richtig patzig und frech und so, ja, hier, was ist denn hier und so, was willst du denn und so, und bla bla bla, so ganz, ganz komisch, so ganz, ganz ekelhaft von Seite kam der, hatte ich quasi nicht, nicht ernst genommen, äh, was heißt ernst, war schlecht Laune, keine Ahnung, ich sag dir ganz ehrlich, ich war kurz vor Feierabend, Mann, ich hab die alle gezwungen, Überstunden zu machen, die waren gar nicht happy, die wollten Geschenke kaufen für ihre Frauen und Kinder und Affären und keine Ahnung, was, weißt du so, deswegen, ja, ich hab ein bisschen reingeschissen bei denen, den ganzen Wochenende und auch in die Weihnachtsplanung, was Geschenke, das ist das letzte Wochenende, wo du Geschenke kaufen kannst, Bruder, vor Weihnachten, scheiße, weißt du, davon gibt's das, gibt's das später noch eine Story beim LKA, bei der Vernehmung, so, weißt du, die waren richtig sauer, weißt du, sehr viele von denen, zu Recht auch, weißt du, normal, die ganze Nacht da verbracht, ähm, auf jeden Fall, äh, ruft er an und wir streiten uns direkt, ich sag ihm direkt nach dem ersten, zweiten Satz, ich sag mal zu, du Patient, äh, mach direkt wieder, äh, die Kehrtwende, so, weißt du, hol mal jemanden, der kompetent ist, hol mal jemanden, der, äh, seine Birne auf dem Kopf hat, so, äh, aber nicht du, weißt du, ich meinte, hör mal zu, ruf nicht mehr an, hol einen anderen, mit dir wird nicht, mit dir rede ich gar nicht, so, fertig, das war's, aufgelegt, da hat's nochmal gedauert, keine Ahnung, halbe Stunde oder so, dann kam auf einmal Axel, weißt du, und Axel war richtig so ein Kumpeltyp, ne, man merkt, der ist geschult, so, ne, und wollte direkt natürlich so auf, wie du es in Hollywood kennst, ich schwirrst ja, ne, genau so eins zu eins, auf Kumpel, und hey, was ist denn los, und, bist du doch eigentlich gar nicht so einer, bist du eigentlich ganz korrekt und so, und, ne, so, bla, 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 diese ganze Schiene, weißt du, auf sentimental ein bisschen machen, ein bisschen Gewissen reden, was mit Familie und so, bla, 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 weißt du, diese ganzen Geschichten und so, wollte mich so ein bisschen einlullen, ähm, ja, dann ist so der Kontakt entstanden, so ein bisschen, ne, ähm, wie gesagt, war am Anfang etwas schwer, war ein bisschen etwas holprig, ne, weil der erste Kontakt so ein bisschen abgebrochen war und so, und, ähm, ich hab mir irgendwann Gedanken gemacht, weil ich mir dachte, warte mal, Alter, hier ist grad voll Halligalli und so, ne, hier müssen doch bestimmt Scharfschützen irgendwo sein, weißt du, so, und wir saßen ja direkt an einem Außenbüro, an der Außenfassade mit Glas, ja, und ich hab mir gedacht, okay, wir sind hier auf jeden Fall nicht safe, so, wir müssen hier auf jeden Fall raus, hab kurz überlegt, hab kurz studiert und so, wie die Dings ist, hab mir gedacht, okay, wir ziehen jetzt in das Mittelbüro, ich hab ja am Anfang gesagt, dass es zwei Eckbüros ist, von denen man nicht gucken kann, genau, aber inzwischen, zu diesen zwei Eckbüros, ist genau in der Mitte ein, nochmal ein Büro, was quasi so genau mittig, durch die Bank, weißt du, weil du kannst die ganze Bank von da sehen, was du so, ich hab mir gedacht, okay, alles klar, perfekt, da sind wir auch durch zwei Außenwände geschützt, durch die man nicht durchblicken kann, perfekt, weißt du, ich sag, komm, wir ziehen um, weißt du, ich nehm ihn mit, wir ziehen um, in dieses Mittelbüro quasi, und von da aus, du musst dich vorstellen, ich saß dann so, und die ganze Bank war vor mir, da war der Haupteingang, da war die Rezeption, weißt du, was ich meine so, hier waren diese ganzen Dings, ich hab die ganze Bank gesehen so, weißt du, und hinter mir wusste ich, ich weiß ja, Apotheke oder sowas, irgendwie sowas, also die Wand hinter mir, weißt du, war irgendwie ein anderer Laden, Apotheke oder sowas, keine Ahnung, und ich wusste, okay, alles klar, wenn sie mich kriegen wollen, so unvorbereitet, die müssen durch die Wand kommen, und ich hab das denen zugetraut, oh, dass sie durch die Wand kommen, also ich saß da jetzt nicht so, ja, alles cool so, und ich hab die ganze Zeit gehört, hinter mir so, passiert da irgendwas, oder irgendwas, weiß ich, hab die ganze Zeit drauf gewartet, so, dass irgendwas passiert, oder Blendgranaten fliegen, oder irgendwelche Sprengsätze explodieren, oder von Decke, hab ich gedacht, kommt auf einmal einer, weißt du, oder irgendwas. Na, wie im Film einfach. Genau so. Auf jeden Fall, wir ziehen um, wir gehen in dieses Büro rein, ich gucke kurz, da war so ein Mülleimer, ich hab den Mülleimer ausgelernt, meinte, hier, das ist Toilette, hab den in die Ecke gestellt, damit du Bescheid weißt, hab ihn kurz hinsetzen lassen, hab mich strategisch hingesetzt, damit er nicht flüchten kann, und so, damit ich ihn auch schnappen kann, oder so, weil ich wollte ja keine, ich hab ja keine Gewalt angewandt gegen ihn, weißt du, ich hab ja jetzt nicht ihn irgendwie gefesselt, oder so, an den Stuhl, mit einer Krawatte, oder irgendwie so eine Kacke, weißt du, was ich meine, also wenn er richtig flink gewesen wäre, abhonken, ich hätte ihm auf jeden Fall jetzt nicht weh getan, oder so, ich hätte natürlich noch, also ich hätte das Ganze sportlich genommen, okay, ich spiele mir Fangen, okay, alles klar, weißt du, ich hätte es natürlich versucht, aber ich hätte jetzt nicht ihm jetzt voll so umgescheppert, oder so, weißt du, verstehst du, was ich meine, wie hat er sich denn die ganze Zeit verhalten, hat er geredet, hat er nicht gesagt, bitte, hör auf, mach das nicht, ich hab Familie, so dieses, bitte lass mich, ich will nach Hause zu meiner Familie, oder so, nein, so gar nicht, so gar nicht, wir haben irgendwann, weil es ja relativ lange ging, also über 10 Stunden das Ganze, oder 11 sogar, haben wir natürlich viel Gelegenheit gehabt, auch miteinander zu reden, okay, also bedeutet, er hat mir Fragen gestellt, ich hab ihm Fragen gestellt, und so weiter und so fort, und dementsprechend kam natürlich das Thema irgendwann auf Familie und so, ich hab ihn gefragt, hast du Frau, hast du Kinder, dies, das, er hat mir irgendwann leid getan, weißt du, was ich meine, hat er erzählt von Frauen, von Kindern und bla, bla, und zwei kleine Kinder auch noch, weißt du, ich hab mir gedacht, so scheiße, seine Frau und seine Kinder machen gerade Hölle durch, weißt du, also draußen, die kriegen das vielleicht am Fernseher mit, oder so, weißt du, ich meine, die Mutter versucht das wahrscheinlich vor den Kindern zu verheimlichen, irgendwie, und dies und das, weißt du, so diese ganze Action, ich so scheiße, der Arme, und er hat es eigentlich ganz gut verkraftet, aber zwischendurch waren immer so ein paar, waren immer so Momente, wo ich mir dachte, der kollabiert hier gleich weg, so weißt du, vielleicht war es die Müdigkeit, vielleicht die Aufregung, keine Ahnung, Adrenalin, auf jeden Fall, ja, ja, wir ziehen in diesem Büro um, sitzen da, und da hat der Kontakt mit diesem Verhandlungsführer eigentlich erst richtig intensiv angefangen, weißt du, so, da wurde dann auf einmal, da gab es dann die ersten Forderungen und so weiter und so fort, so, erst mal, wie gesagt, hat er versucht, mich ein bisschen kennenzulernen, mich ein bisschen einzuschätzen und so weiter, und ich habe als allererstes 500.000 gefordert, einen Fluchtwagen, zwei Paar Handschellen und freien Abzug, das war meine Forderung, ganz am Anfang, meine allererste Forderung, irgendwann kam er darauf, so, okay, was ist los, er hat irgendwann gemerkt, okay, wir kriegen das Ding hier nicht rhetorisch über die Bühne irgendwie, so, das Ding, er wird das Ding zu Ende spielen, mäßig, ne, das heißt, den werden wir jetzt nicht einfach so zum Aufgeben bewegen, so, okay, ähm, ich habe die Sachen gefordert, wie gesagt, und ich wusste ja, dass die wahrscheinlich anfangen werden, auf Zeit zu spielen, um dem ein bisschen vorzubeugen, habe ich gesagt, äh, bis 18 Uhr, habt ihr Zeit? Wenn es bis 18 Uhr nicht alles fertig ist, also der Wagen, das Geld, die Handschellen, bla, 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 erhöhe ich auf eine Million. Direkt, das habe ich direkt, weil später in den Medien wurde das ein bisschen so hin und her gedribbelt, ja, der kam erst mal, wollte erst 1,50, dann 3,70 und dann auf einmal eine Million, weißt du, vollkommener Quatsch, so, weißt du, ich kam direkt rein und meinte, hör zu, entweder eine halbe Million bis 18 Uhr, oder, wenn du bis 18 Uhr nicht lieferst, geht das Ganze auf eine Million hoch, und ab dahin staffle ich das hoch bis zum, keine Ahnung was, das ist mir scheißegal, deswegen bewegt euch einfach, weißt du, ich habe keine Zeit hier zu verschwenden, so, ne, ähm, das war aber nicht, äh, der Zweck, also, der Sinn der Polizei, weißt du, die Plan waren anderer, mich müde zu machen, mich mürbe zu machen, äh, und so weiter, ne, hungrig, und auf Toilette wollend, und so weiter, ähm, und dementsprechend haben wir es gezogen, 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 mit welcher Begründung? Ähm, angeblich, ich habe einmal zwischendurch dann gefragt, ich so, dicker, Axel, was ist mit dem Geld, was ist da noch los? Er sagt mir, mehrere Streifenwagen sind gerade mit Blaulicht durch Berlin unterwegs und sammeln das Geld von verschiedenen Banken ein, weil eine Million kriegst du nicht einfach irgendwo und wenn das jemand weiß, dann ich, du kriegst nicht eine Million aus der Bank einfach so irgendwo raus. Also wenn, also, es hat, also es war jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern ich habe dann kurz überlegt, ich so, okay, alles klar, okay, ich habe, weißt du, jetzt hier so viel Geld, klar, okay, was habe ich bei Raubüberfällen rausgeholt? ist schön. Wie viele Banken musst du abfahren, weißt du, locker 10, 15, damit du das Ganze zusammen machst, weißt du, ich meine, so wie ich, oder einfach mal ein Geldautomaten aufsprengen mit Polizeisprengstoffe, ich schau dir mal vor, die hätten das gemacht, ja, so mäßig, auf jeden Fall, also angeblich sind Streifenwagen mit Blaulicht, quer, kreuz und quer durch Berlin im Einsatz und holen das Geld, ja, krass, und irgendwann kam der Fall, war es dann nach 18 Uhr, so, und ich habe so gemerkt, ich so, Axel ist ganz ruhig, erwähnt nichts mehr, weißt du, über diese ganze Sache, ich denke mir, was ist da los, und ich habe ihn so, mitten wo wir geredet haben, ich wollte ihn so, ich wollte wissen, ob er mich verarscht oder nicht, weißt du, einfach, eigentlich voll dumm, er ist Polizist, ich bin Geiselnehmer, normal verarscht er mich, normal versucht er jeden Trick, mich zu verarschen, ist doch ganz klar, weißt du, aber ich bin voll in meinem Film so, ne, und denke mir so, okay, alles klar, ich messe mich jetzt mit dem SEK-Verhandlungsführer, so, weißt du, mal gucken, ich sage ihm, Dicker, was ist jetzt, ich erwische ihn, wir reden, wir reden, wir reden, auf einmal, ich habe aus dem Nix diese Frage gestellt, weißt du, damit er nicht vorbereitet ist, auf dieses Thema schon, weißt du, war so ein Themenbruch, ich sage so, Axel, was ist eigentlich mit dem Geld, ja, 18 Uhr, Polizeistreifen mit Blaulicht, durch Berlin und bla, und was los, und da habe ich gemerkt, und ich habe gefeiert in dem Moment, weil ich habe gesehen, ich so, okay, jetzt hast du ihn durcheinander gebracht, kurz, weißt du, jetzt ist er kurz, jetzt hast du gemerkt, okay, jetzt ist er kurz aus deiner Souverän, ich bin der SEK-Verhandlungsführer, Axel, der Souveräne und so, habe ich kurz ins Wanken gebracht, weißt du, ich so, okay, alles klar, okay, du verarschst mich, ich so, okay, kein Problem, weißt du, und da wusste ich, intuitiv, was heißt intuitiv, du musst kein Wissenschaftler sein, um zu wissen, okay, alles klar, das heißt, das Risiko besteht jetzt, dass sie das Geld gar nicht holen, das bedeutet, die spielen nicht mal mit den Gedanken, dich irgendwie hier irgendwie wegzulassen oder so, der Plan ist ein anderer und der Plan ist wahrscheinlich, die Bank zu stürmen, was mit dir passiert ist, keine Ahnung, weißt du, was ich meine bei dem Zugriff so und peng, so, ich so, okay, alles klar, Alter, okay, 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 dann habe ich überlegt, jetzt muss ich aber auf jeden Fall, erstens muss ich Axel einen, also zurückzahlen, weil er will mich verarschen so mäßig, weißt du, ich habe doch keinen dummen Eindruck auf dich gemacht, ja, warum machst du so, weißt du, dann lügt doch wenigstens gut, weißt du, ja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, okay, erstens werde ich Axel jetzt einen zurückzahlen, so, A, und B werde ich mir damit quasi so eine kleine Garantie schaffen, dass sie die Bank nicht stürmen, und dann habe ich eine Geschichte, weil dann haben wir ganz normal weitererzählt, und Axel hat immer wieder versucht auf meine Vergangenheit, wollte herausfinden, wer ich bin, wo habe ich mal gearbeitet und so weiter und so fort, damit die recherchieren können im Hintergrund, um zu erfassen, wer ich bin, und er fragt mich wieder aus, und diesmal habe ich gedacht, okay, diesmal gehe ich auf den Köder ein, er versucht wieder anzugreifen, warum denn, was ist denn schiefgelaufen und so, dies, das, ich so, hör mal zu, ich war in Afghanistan im Einsatz für dieses Land, so, jetzt ist es raus, ich war bei der Bundeswehr so, und ich war im Einsatz in Afghanistan so, ich bin wiedergekommen, traumatisiert so, und der Staat hat einen Scheiß auf mich gegeben so, und ich kriege nicht mal richtige psychologische Hilfe so mäßig, weißt du, ich habe drei Wochen vorher eine Dokumentation geguckt, über genau dieses Thema, und dachte mir, okay, weißt du, das würde sich anbieten so mäßig, weißt du, so, und der, okay, alles klar, dies, das, jenes und so, und das Ding ist, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste ist, er war selber beim Militär, und sein Sohn aktuell ist beim Militär, fragt man, da hat er dir bestimmt ein paar Fragen gestellt, und ich, Bruder, ich bin, ich habe mit Bundeswehr, ich wurde ausgemustert so, weil ich komplett, weißt du, reingeschissen habe so, und gar keinen Bock hatte auf Bundeswehr, ich habe gar keine Ahnung von Bundeswehr, absolut gar nicht, weißt du, und ich so, scheiße, wenn er mir jetzt eine Frage stellt oder so, ich bin am Arsch, weißt du, ich so, fuck, fuck, und diese Frage kam natürlich auch, und zwar hat er mich gefragt, in welcher Einheit warst du denn? Typische Frage in diesem amerikanischen Film. Weißt du, in welcher Einheit warst du denn so mäßig? Ja. Und ich überlege und ich so, scheiße, du kannst doch nicht sagen, ja, hier, bei denen, die immer so hüpfen und springen, und diese, die sich abseilen und so, weißt du, ja, hier, bei den Blauen, so war ich immer, weißt du, so, und ich so, okay, du musst jetzt irgendwas so, bundeswehrtechnisches sagen oder so, sonst glaubt ihr keinen Schwanz mehr, weißt du, was ich meine? Und ich so, ich, meinen Gedanken, alles durchforstet, weißt du, was, was, und innerhalb von Millisekunden ging das, ne? Und ich so, siebte Panzerdivision. Oder ich hab einfach, einfach aus nichts, keine Ahnung, wo das herkam, so, die gibt's tatsächlich anscheinend. Gibt's sie? Ja, gibt's tatsächlich anscheinend, hab ich später rausgefunden, weißt du, aber ich hab mich danach gefragt, ich so, warte, während des Gesprächs noch, hab ich überlegt, gibt's die siebte überhaupt? Vielleicht gibt's nur die erste, dritte, fünfte, oder vielleicht nur die zweite, vierte, sechste, achte, weißt du, vielleicht so, du weißt doch, das sind doch manchmal so Sachen, die du wissen musst. Ja, ja, und ich so, scheiße, 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 und er hat's aber geschluckt. Und da wusste ich, okay, entweder er hat gar keinen Plan, so, oder es gibt die siebte Panzerdivision und ich hab einfach Glückstreffer gemacht, so. Ja, ich so, okay, also ging die Geschichte weiter. Haben wir geredet, dies, das, jenes und so, und natürlich, in dem Moment hab ich genau, im Nachhinein wusste ich das, ne, in dem Moment nicht, aber im Nachhinein hab ich erfahren, durch die Akten und so, das war für die der Alarmpunkt, draußen, zu sagen, ey, Zugriff erstmal komplett, äh, äh, unmöglich, weißt du? Wir haben da einen traumatisierten Bundeswehrsoldaten, der, äh, Kampfeinsatzerfahrung hat, der, der, der Kampfeinsatz hat, äh, Kampferfahrung hat, der Sprengstofferfahrung hat, Erfahrung mit Kampfmitteln, das ist gefährlich, weißt du, was ich meine? Was jetzt, hier kann alles passieren, so, ne, ähm, okay, war ich erstmal ein bisschen, ne, war ich erstmal ein bisschen, äh, beruhigt quasi, und ein bisschen in Sicherheit, so, okay, äh, und dann, umso mehr Zeit vergangen ist, natürlich, äh, ging's, Hunger, Durst, dies, das, jenes und so, ne, haben wir zwar nicht empfunden, aber irgendwann kam Axel auf die Idee, meinte so, hier, wollt ihr nicht was trinken, was essen? Ich hab's so überlegt, ja, okay, geht's schon ein paar Stunden, so, wäre vielleicht sinnvoll, okay, ja, mach mal klar, okay, so ein bisschen ganz einfach, irgendwas zu trinken, Wasser, dies, das und so, irgendwelche komischen. Erster Gedanke, der mir jetzt in den Kopf kommt, hast du nicht darüber nachgedacht, dass die vielleicht, Schlafmittel oder so, in dieses, Ja, das war der erste Gedanke natürlich. Hast du den auch gehabt? Ja klar, deswegen hab ich denen gesagt, eine Forderung war, wenn die Essen bringen, die Flaschen sind alle verschlossen, mit Metalldeckel, weißt du, sind alle verschlossen, original verschlossen, die Flaschen, und das Essen muss auch original verpackt, da darf nicht irgendwas, irgendwelche Sandwiches in der Tüte oder so ne Kacke, das muss alles original verpackt sein, so, weißt du, okay, alles klar. Das war mein erster Gedanke, Bruder, dass die mir irgendein Schlafmittel reinballern, ich trinke was, ess was, penne da einfach ein und die kommen da ganz easy so, ach ja hier, Handschellen dran und ich wache irgendwo in der Zelle auf, weißt du, was ich meine, auf gar keinen Fall so, nee, nee, auf gar keinen Fall. Hat dann ein bisschen gedauert, haben die klar gemacht, haben die vor die Tür gestellt, also vor den Eingang, vor den Haupteingang der Bank, haben die einfach so ne Kiste hingestellt, so ne, weißt du, wie, wie, so, wie, wie beim Bäcker diese, wo die Brötchen drin sind, so ne Kiste haben die da hingestellt, ich krieg' nen Anruf, ja hier, Essen ist da, kannst abholen. Ich sag, wie meinst du das, wie abholen? Er sagt, naja, haben wir vor die Tür gestellt, kannst abholen jetzt. Ich sag, Axel, ist dein Ernst jetzt? Wirklich jetzt, ja? Ihr habt Scharfschützen auf den Dächern und ich soll jetzt ne Kiste Essen abholen bei Haupteingang, Alter, willst du mich verarschen, Digga? Digga, die Sandwiches hätten mir das Leben gekostet, so weißt du, was ich meine? Bruder, das waren die teuersten Sandwiches der Welt, die er mir angeboten hat, aber was ist das denn, Digga? Lass mal diese Filme. Ich sag, nein, 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 auf gar keinen Fall, so spielen wir nicht, Alter. Ich sag, guck mal. Er so, ja, wie denn sonst? Wie machen wir das denn sonst? Ich sag, guck mal, ich hab doch schon ein paar Filme gesehen, wir machen das so. Du holst jetzt einen von deinen starken SEK-Männern, ja, und sagst ihm, er soll sich ausziehen, bis auf die Unterhose und soll einfach, damit ich weiß, dass er nicht bewaffnet ist, und dann soll er die Kiste einfach in die Bank reintragen, in die Mitte. Er muss nicht bis zu mir kommen, kein Problem. Er soll das in die Bank, mitten ins Foyer stellen und von da hole ich es mir selber. Okay? Ey, ähm, ähm, äh, ja, okay, ich muss mal reden mit den Jungs und so. Ich so, okay, mach das. Ist er wieder weg, 15, 20 Stunden später, wieder Anruf, ja? Also du musst dir vorstellen, es lief die ganze Zeit so, es war nicht so, dass wir da so eine offene Leitung hatten quasi, wo wir zwischendurch immer so, ey, bist du noch da? Ja, 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 und du? Ja, 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 okay. Das war so, ne? Es war immer so, kurz anrufen, was geklärt, gibt's was, dies, das, jenes, auf jeden Fall, äh, weil die haben das später so dargestellt, in so Medienberichten, als ob so, er hat geredet wie ein Wasserfall und so. Ja, normal, ich rede schnell, du musst schon ein bisschen aufmerksam sein, um da auch folgen zu können und vielleicht, weißt du, was ich meine so? Ja. Aber, äh, das war, die mussten erstmal, die Kontaktaufnahme hat sich ja schon schwierig gestaltet, weißt du, so, und wie gesagt, zwischendurch gab's mal Phasen, wo halbe Stunde, Stunde, wo ich mit der Geisel alleine war, wo es keine Telefonate gab, nix, es war die ganze Zeit so ein Hin und Her, so. Und dann ruft er, wie gesagt, wieder an, 15 nach 15, 20 Minuten, wegen dem Essen, äh, und sagt, hör mal zu, äh, ich hab keinen gefunden, der, der, keiner traut sich das von den Jungs. Ich sag's, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Du sagst grad, du hast dein SEK-Team gefragt, also die Elite quasi, du hast grad gefragt und keiner, äh, ja, ey, Bombendrohung, dicker, ey, musst du, ey, das ist, ne, also die Jungs haben ja auch Familie und alles, ne, wollt ihr mit, mir diesen Film schieben, weißt du, was ich meine? Ich so, 100 Prozent, er hat mich mal gefragt, als ob ein SEK-Beamter sagt, nee, ich hab Angst vor Bombe, willst du mich verarschen, Digga, du bist SEK-Beamter, deswegen bist du SEK-Beamter, damit du keine Angst vor Bomben hast, wenn's der Fall ist, weißt du, was ich meine? Also wieder Bluff, weißt du? Ich denk mir, Axel, Alter, warum machst du so, ja? Reicht doch. Ich so, okay, ich so, okay, weißt du was, scheiß auf dein Essen, scheiß auf eure Flaschen, eure Sandwiches und eure Trinken, scheiß auf alles, weißt du? Ich werd mich schon selber kümmern, drauf geschissen. Aufgelegt, so sauber gewesen, dies, das hier ist, ich überlege, überlege, überlege. Was macht Klaus eigentlich in dem Moment so alles? Wie fällt er sich? Er sitzt die ganze Zeit da, er sitzt die ganze Zeit da, Bruder, weißt du? Wie gesagt, guck mal, du musst dir vorstellen, die ersten vier, fünf Stunden, wie gesagt, drei, vier, fünf, keine Ahnung wie lange, musste er Mittelsmann spielen. Ja, ja. Und irgendwann war mir das zu blöd, das Ganze und ich hab selber den Hörer genommen, weißt du, was ich meine? Warum auch immer, keine Ahnung, weißt du? Vielleicht war das irgendwann der Punkt, wo ich selber gemerkt habe, okay, das Ding fährt hier gegen die Wand, weißt du? Also deswegen hab ich irgendwann wahrscheinlich den Hörer selber genommen, weil ich dachte, okay, das Ding, weißt du, ist schon vorbei, ist schon vorbei. Ist mir vielleicht irgendwann bewusst geworden oder so. Und irgendwann ist mir aufgefallen so, warte mal, ist doch eine Bank, die haben doch hier für Kunden, Essen, Trinken und so weiter, unter Umständen. Ich frag Klaus, ich sag, Klaus, ihr habt doch hier Getränke und so, er so, ja, ja, hier im Foyer vorne, waren so vielleicht keine Ahnung, 15, 20 Meter von dem Büro entfernt, weißt du, so ein bisschen seitlich nach rechts müssten wir gehen, weißt du, durch das Büro raus und dann so seitlich nach rechts so ein bisschen. Aber quer durch die ganze Bank, quer durch die ganze Bank. Ich so, okay, 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 ich so, ich warte bis das Ding anruft, weißt du, dann sag ich ihm Bescheid so. Axel ruft wieder an, ich sage, hör mal zu, Dicker, wir haben Durst, so, ich muss was zu trinken klar machen, sag mal deinen Leuten Bescheid, ich weiß nicht, ob ihr schon in der Bank drin seid, weil du musst dir vorstellen, es war eine Zwei-Etagen-Bank. Und ich saß da in diesem Büro, hab geguckt und ungefähr so 10 Meter von mir entfernt war so eine Treppe, war so eine Wand und hinter der Wand war so eine Treppe. Das heißt, die hätten schon, da hätten schon drei, vier SEK-Beamte stehen können, so an der Wand, weißt du, was ich meine? Und nur warten, dass ich halt, verstehst du, was ich meine? Ich hab mit denen überall gerechnet, Bruder, überall. Und deswegen hab ich ihm Bescheid gesagt, ich sag mal zu, sag deinen Leuten, falls die hier schon drin sind im Gebäude, dass sie sich verpissen sollen oder falls irgendjemand nicht im Visier hat oder sonst irgendwas, die sollen keine Faxen machen. Ich werd die Geisel mitnehmen, ich werd die Bombe dabei haben, ich werd den Zünder in der Hand haben, ihr macht hier, weißt du, was ich meine? Es geht nach hinten los, so. Und du musst dir vorstellen, die ganze Zeit, ich wusste, ich hab keine Bombe, Mann. Da sind einfach drei Kilo Mädel in diesem scheiß Koffer, Bruder, und ich mach da voll den Hollywood-Blockbuster, ich hab eine Bombe dabei und mach da voll den und, weißt du, was ich meine? Und versuch damit sogar noch, mein Leben zu garantieren. Verstehst du? Auf jeden Fall, egal. Er sagt, warte, 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 beweg dich nicht. Ich muss jetzt mal einem Bescheid sagen, bevor ich nicht das Go gebe, auf gar keinen Fall. Ich so, okay, alles klar, mach alles klar. Er redet, dauert wieder 15, 20 Minuten. Er ruft wieder an. Er so, okay, ich hab alles geklärt, Jungs wissen Bescheid, alle haben Schießen, also alle haben Befehl, nicht zu schießen, so, ne, du kannst jetzt gehen, du hast mein Wort. Ich so, okay, Axel, du warst ja bis jetzt, Vertrauensmann so, weißt du, du hast ja bis jetzt nicht versucht, mich dreimal zu triggern so, also mich zu linken so, alles gut, alles gut, Bruder, ich vertraue dir, hey, bro, und ich wusste, in dem Moment, ey, kann sein, dass ich jetzt Kugel kassiere, weißt du, was ich meine, das war für mich, das war so ein Moment so, okay, es kann sein, gleich ist alles vorbei, einfach wegen so, ein paar Apollinaris-Flaschen, weißt du, ich so, scheiße, Bruder, Alter, scheiße, egal. Auf jeden Fall, ich gehe so kurz, er sagt, okay, alles klar, ich so, okay, gut, ich gehe so erstmal alleine aus dem Büro, ich lasse ihn erstmal sitzen so, und ich gehe erstmal alleine kurz aus dem Büro raus, so, muss ich dir vorstellen, und ich stehe so da mitten in der Bank, und warte drauf, weil ich mir denke so, okay, wenn die mich schießen, weißt, knallen die jetzt, weißt du, was ich meine, genau, genau, gehe ich erstmal alleine kurz raus, wenn die knallen wollen, knallen die, dann ist er bei in Sicherheit, weißt du, was ich meine, so, fertig, mäßig. Also du hast noch an Klaus gedacht? Ja, natürlich, ich habe die ganze Zeit an ihn gedacht, die ganze Zeit. Auf jeden Fall, guck mal, was passiert, ich gehe kurz raus so, du musst dir vorstellen, das ist, also, ich komme gerade aus dem Büro raus, und dann stehe quasi in diesem kleinen, so wie Zwischenflur, da wäre jetzt das Büro, in dem wir als erstes drin waren, links, da müsste ich so einen kleinen Flur, hier ist ein kleiner noch Flur, da müsste ich jetzt andere Büro, und durch diesen Flur, sehe ich die Glasfassade des anderen Büros. Ich gehe so raus, ich gucke so links, alles gut, ich gucke so, ich gucke so rechts, scheiße und erschreckt mich, da sind so sechs, sieben, acht Beamte, Bruder, mit so einem Polizeischild, und der eine ist so, der andere so, der andere so, weißt du, so wie wenn die sich postiert hätten, so fünf, sechs, und alle mit ihren, mit ihren Maschinengewehren auf mich gerichtet. In der Bank? Nein, draußen vom Fenster, Bruder. Draußen vom Fenster, ja, so fünf Meter von mir entfernt, oder so, Bruder. Heftig. Fünf Meter von mir entfernt, Bruder, an der Scheibe hängen die alle, Bruder, sechs, sieben Leute, und die sehen nur diese Dinger, weißt du, diese Polizeischild, wegen Sprengung und so, ich so, scheiße, ich bin in dieses Büro wieder reingerannt, ich so, Alter, scheiße, 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 ich hab mich so erschreckt, Bruder, ich dachte, er hat die alle weggedinkst, weißt du was ich meine, die standen da direkt an der Scheibe, Bruder, haben sich postiert, ich so, what the fuck, ich hab mich erschreckt, das fuck, ich so, scheiße, scheiße, Axel ruft wieder an, ey, alles klar, alles gut, alles gut, die haben sich gesehen, alles gut, alles gut, die wissen Bescheid und so, ich so, okay, okay, alles klar, alles klar, scheiße, natürlich hab ich es trotzdem versucht, also innerlich war ich natürlich voll, aber ich hab nach außen souverän gewirkt, weißt du? Das war das erste Mal, dass du die auch alle gesehen hast, ne? Äh, ja, 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 auf jeden Fall, ich denk mir, scheiße, Alter, ich so, okay, wir ziehen das jetzt durch, Alter, ich lass die Geisel aufstehen, also Klaus, pack ihn am Kragen, pack richtig sein Jackett, sein Kragen vorm Hemd, sein alles, sein Unterhemd, sein Unterhose hab ich fast gegriffen, ja, so mäßig, so, hab ihn gepackt so richtig, hab ihn gesagt, nimm mit deiner rechten, nee, nimm mit deiner linken Hand den, den, den Koffer, so, ich mit meiner linken Hand hatte ihn hier, mit meiner rechten Hand hatte ich das Telefon, mit dem, mit dem ich den, den, den Zünder quasi imitiert habe, der einfach nur ein Handy war, mäßig, weißt du so, ich hatte keine Hand frei, links, ich halte Geisel, rechts, ich halte Handy, so, er hat in der linken Hand die Bombe, quasi, ne, die möchte gern Bombe, ja, 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 und hat noch die rechte frei, rechte Hand jetzt frei, das war wichtig jetzt, für, für Axel, nee, 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 für uns war das wichtig, ach so, okay, wir mussten ja Flaschen holen, Bruder, wir mussten ja trinken, wir waren gerade Getränke holen, Bruder, wir sind gerade so spät gegangen, Bruder, diese ganzen Filme, Bruder, wir sind gerade spät gegangen, kurz, weißt du noch, auf Adrenalin so mäßig, auf Abenteuer, auf jeden Fall, wir gehen dahin, du musst dir vorstellen, wie das allein aussah, ja, wir gehen beide so im Endenschritt, so, ich halte ihn hier, halte das Telefon demonstrativ, so nach oben die ganze Zeit, ne, von wegen so, ey, Wichser, mach was und ich drücke, und ich weiß, da ist Mehl, was drücken, drückt so wie du willst, da passiert nix, Alter, ich denke mir nur so, was mache ich hier, Digga, was mache ich hier, gehen, 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 dann kommen wir da an, in diesen kleinen, so wie so, kleinen Foyer mäßig so, wir kommen da an, da stehen so auf so einem kleinen Tischchen, so flach, so wie hier so, auf dem Flach stehen so die Flaschen, so sechs, sieben, acht, neun, zehn, keine Ahnung, was, ich sage so, Klaus, dein Einsatz, Bruder, du musst jetzt mit der rechten Hand, weißt du, so viel wie möglich, du musst jetzt schnappen, Bruder, du musst jetzt schnappen, du musst jetzt unseren Wasservorrat sichern, weißt du so, auf jeden Fall, er so, okay, korrekt, ich halte, er geht, du musst dir vorstellen, er geht kurz in den Hocke so, so zack, macht kurz diesen Move, diesen Adler-Move, weißt du, schnappt so viele Flaschen wie möglich, so sechs, sieben, acht oder so, keine Ahnung, ja, er arbeitet doch richtig mit, ja, natürlich, ja, Bruder, unter Aufregung, ich schwöre Respekt, ich schwöre Respekt, normalerweise jedem anderen wären nur locker drei, vier Flaschen runtergefallen, dies, das und so, der nächste hat nicht eine Flasche fallen lassen, richtig an den Körper gepresst, wie man das macht, weißt du, also richtig professionell, hat er das durchgezogen auf jeden Fall, haben wir die Flaschen in Sicherheit zurück ins Büro gebracht, so, ne, und auch gemerkt, wie Durst du hast auf einmal, ne, ich hab da, glaube ich, zwei Flaschen direkt geäxt hintereinander, geäxt, ne, geäxt, so eine Apfelschorle oder was das war, ne, ey, komplett, und dann, es sind, wie gesagt, auch ein paar Stunden vergangen, und irgendwann denk ich so, ich so, ey, warte mal, der hat hier einen Rechner auf dem Tisch stehen, ich so, da ist doch, Medien sind doch bestimmt schon Purzelbäume, haben die schon geschlagen, weißt du, so, lass mal kurz reingucken, mach mal an, Digga, er macht den PC an, ich sag ihm, er sagt, was soll ich eingeben, ich sag, ja, keine Ahnung, gib mal Banküberfall, Zählendorf, irgendwie sowas, weißt du, so, er fängt an, das einzugeben, da kommt schon Autovervollständigung, ich denk mir nur so, mein Leben ist gefickt, was steht er? Autovervollständigung kommt schon, also, das wird schon autovervollständigt, das heißt, die Medien sind schon, das ist schon, der Begriff ist schon safe, weißt du, du bist auf der VU, ich so, fuck, ja, genau so, du bist auf der VU, genau so, Digga, aber bei LKA, Bruder, du bist auf der VU, bei LKA, Bruder, ja, ich denk mir so, scheiße, 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 er macht kurz, ich sag, man klickt schon, ist schon Autovervollständigung, er klickt kurz drauf, buff, da kommen so Artikel, alle großen Zeitungen haben schon geschrieben, ich hab mir so die drei größten, so Spiegel, Bild und Süddeutsche, so hab ich mir rausgesucht, hab ich mir kurz durchgelesen, und da hab ich erfahren, erst mal was draußen los ist, Bruder, ich wusste, dass Halligalli ist, aber nicht so, äh, drei bis vierhundert Polizeibeamte, haben das Gebäude umstellt, also die Bank, mehrere SEK-Kommandos sind im Einsatz, Scharfschützen sind auf den Dächern postiert, spätestens da wusste ich, okay, Bruder, hier geht's um Leben und Tod, weißt du, hier ist richtig Feierabend, Digga, hier ist grad richtig Ende Gelände, so, weißt du, das ist hier kein Spaß, Alter, so, und da ich dieses Gladberg-Geiseldrama sehr gut kenne, weil ich Dokumentationen geguckt habe und so, weiß ich auch, dass die Polizei gewisse Lehren gezogen hat, aus diesem Ding, und, äh, und dementsprechend war mir klar, okay, die werden das Ding, die werden das nicht nochmal zulassen, so eine Sache wie damals, ne, dass jemand einfach zwei, drei Tage durch Deutschland, mit, äh, fährt, Journalisten, irgendwelche Interviews gibt aus dem Auto, während der Geiselnahme, sowas werden die nicht zulassen, weißt du, so, das, das wird nicht passieren, ich so, okay, und dann langsam, langsam, so, 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 die Einsicht gereift, weißt du, irgendwann, ich so, okay, alles klar, Alter, macht das noch Sinn, so, ne, macht dein Plan Sinn, dein, 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 dein heilsbrecherische Hollywood-Aktion, weißt du, so, die du da geplant hast, mit Unterführung, und rausspringen, und, weißt du, so, ja, hin und her, auf jeden Fall, äh, ja, es hat, es hat, ja, dann war ein langes, hin und her, es ist lange nichts passiert, weißt du, so, weil, ich denke auch, die haben gewartet, dass ich müde werde, und so, ne, ähm, aber es war nicht die Müdigkeit, es war auch nicht der Hunger, es war auch nicht irgendwas anderes, sondern, ist mir jetzt einfach irgendwann klar geworden, so, okay, alles klar, Alter, du bist hier, du kommst hier lebend nicht raus, Alter, weißt du, du kommst hier lebend nicht raus, und die letzten Stunden war es eigentlich nur noch ein, ein Überlegen, so, lohnt es sich weiterzuleben, oder nicht, so, äh, willst du diese, diese heftige Haftstrafe, die du kriegen wirst, wenn du verurteilt wirst, willst du die tragen, so, willst du die nehmen, so, bist du in der Verfassung, das auszuhalten, und auch gesund rauszukommen, und, 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 und danach noch einen Neuanfang zu machen, so, faschist so, ähm, und ich dachte so, what the fuck, Alter, scheiße, weil der ursprüngliche Plan war ja, wenn das Ding mal schief geht, ich mach's zuerst halt bei Cops, ich lass mir den Kopf schießen, bye bye, Feierabend, weißt du, ich mach's vorbei, ja, das war der ursprüngliche Plan, weißt du, so, mein Plan war nicht, äh, dass ich jetzt hier Bankhöherfälle mache, und dann geh ich zehn Jahre in den Knast rein, weißt du, so, und komm dann irgendwann mit, keine Ahnung, Ende 30 oder so raus, und mein ganzes Leben ist ein Scherbenhaufen, und was für Neuanfang, und ich kenn den deutschen Staat, weißt du, so, ich sag nicht, dass andere Staaten besser sind, aber, ich weiß, dass ich hier mit, wir haben hier zwar so eine Sozialromantik, von wegen zweite Chance, und haha, juhu, aber die Realität sieht ganz anders aus, die Realität sieht gar, ich bin jetzt ein Jahr draußen fast, und die Realität sieht ganz, ganz anders aus, da werden dir sogar Steine im Weg gelegt, so sieht es nämlich aus, weißt du, da ist nichts mit zweite Chance, und komm, wir integrieren dich zurück in die Gesellschaft, und wir wollen, dass du ein wertvolles Mitglied davon bist, und keine Straftaten mehr begehst, um deinen, äh, Unterhalt zu, äh, sichern irgendwie, weißt du, ja, weit gefehlt so, du hast eher das Gefühl sogar, dass die wollen, dass du wieder, weißt du, so, damit du, du sollst deinen, deinen Platz nicht verlassen, den du hast, du hast schon deinen Platz reserviert, so, bleib mal auf deinem Platz, wir haben schon dich da eingecheckt, so, ist so mäßig, okay, wie ging's weiter, dann überlegt, überlegt, und wie gesagt, die letzten Stunden waren nur noch abwägen, okay, lebe ich weiter, lebe ich nicht, lebe ich weiter, lebe ich nicht, das Ding ist, ich hab dir das letzte Mal schon gesagt, ich hab gar keinen Plan, was passiert ist, auch, jetzt, weiß ich nicht, ob du dich gestellt hast, ob die gestürmt haben, ich weiß gar nichts, ja, pass auf, ich weiß nur, Knastvlog, YouTube, vom Knast aus, YouTube gemacht, mehr, keine Ahnung, mehr, genau, genau, also, das ist ja der einzige Grund, warum wir heute sitzen eigentlich, dass ich im Knast quasi einen YouTube-Kanal gegründet habe, so, und das ist der einzige Grund, warum wir heute sitzen, warum das Ganze in der Öffentlichkeit sich quasi abspielt, so, wie gesagt, irgendwann ist der Gedanke, dann spielt natürlich Familie, ne, das spielt eine große Rolle, dein ganzes Leben zieht an dir nochmal vorbei, du überlegst und guckst und reflektierst und hin und her, und es ist eine Ausnahmesituation, du hast gerade eine geiles Name am Start, draußen stehen 400 Mann, irgendwelche Sniper, weißt du, was ich meine, Bruder, es ist eine sehr, sehr, sehr wahnsinnige Extremsituation, weißt du, in der du da steckst, und irgendwas, irgendein Überlebensinstinkt, irgendein Überlebenssinn, ne, natürlich auch Gedanken an andere, an das Umfeld, sei es jetzt familiär oder so, äh, äh, dass man sich denkt, so, okay, wie feige ist das eigentlich jetzt, weißt du, okay, du hast dein Leben verkackt, aber bist du nicht selbst schuld, sag mal ehrlich, weißt du, okay, haben äußere Umstände auch dazu beigetragen, na klar, aber bist du nicht selbst schuld, hast du nicht dein Leben in der Hand, ja, okay, alles klar, so, du hast es verkackt, ja, okay, und jetzt willst du dich so billig aus der Affäre ziehen, weißt du, so feige willst du dich aus der Affäre ziehen jetzt, weißt du, was ich meine, so, und den anderen quasi den Scherbenhaufen überlassen, weil du weißt nie, was für einen Impact dein Suizid hat, für Angehörige und so weiter und so fort, das weißt du nicht, weißt du, richtig, und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, alles klar, nein, das wäre sehr feige und das würde es mir quasi, ja, ich würde sozusagen die Verantwortung abgeben, für meinen Verkacken, gebe ich jetzt anderen noch, die sowieso schon unter mir gelitten haben, das ganze Leben, gebe ich jetzt noch diese Bürde auf, weißt du, was ich meine, das wäre komplett, weißt du, was ich meine, so, das ist nicht mein Charakter eigentlich, weißt du, das entspricht sich meinem Charakter, so, ich bin eigentlich so ein Stehaufmännchen und so ein Kämpfer, weißt du, und nicht jetzt, okay, ich gebe auf und ich beende mein Leben und dies und das, weißt du, aber der Gedanke war, war hart, richtig, ganz ehrlich, der Gedanke war hart und der hat sich auch nicht, das war jetzt nicht so, okay, mal eine kurze Momentaufnahme, sondern das war wirklich, stundenlang habe ich überlegt, oder stundenlang habe ich überlegt, Alter, und habe gedacht, okay, das ist jetzt, weil diese Chance wirst du dich nochmal kriegen jetzt, ich wusste, wenn du jetzt rausgehst und eine Armbewegung machst, unkontrolliert, die schießen sofort in den Kopf, sofort, 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 du bist innerhalb von Millisekunden tot, du wirst nichts spüren, du wirst nichts, weißt du, es ist ein schneller Tod, es ist ein schneller und safter Tod eigentlich, weißt du, was ich meine, so vergleichsweise, ja, okay, ich habe mich irgendwann dazu entschlossen, weiterzuleben, wie gesagt, und habe mir gedacht, okay, musst du jetzt durch, Alter, hast dich eingebrockt, so, weißt du, also durchziehen den, ja, musst du jetzt, also musst du durchziehen im Sinne von, ich bleibe am Leben und ich schaukel das Ding hier zu Ende, unblutig, weißt du, ich lasse die Geisel gehen, ich habe ihn, glaube ich, schon, ich weiß nicht mehr genau, ein paar Stunden, glaube ich, nach meiner Meinung, ein, zwei, drei Stunden eventuell vorher, bevor die Geiselnahme zu Ende war, habe ich Klaus schon gesagt, hör zu, mach dir keinen Kopf, du verbringst Weihnachten zu Hause, bei deinen Kindern, bei deiner Frau, weißt du, was ich meine, mach dir keinen Kopf, so, weißt du, hast du ihnen auch gesagt, dass in der Dings keine Bombe ist in der Tasche? Nein, 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 das habe ich nicht, das habe ich nicht, ich habe ihr nur gesagt, mach dir keinen Kopf, so, weißt du, du bist, du bist zu Hause, zu Weihnachten, da gebe ich dir mein Wort drauf, weißt du, was ich meine, du bist zu Hause, mit deinen Kindern, mit deinen Frauen, so, mach dir keinen Kopf, weil es gab so eine Phase, ihm ging es richtig schlecht, weißt du, so, und deswegen habe ich mir gedacht, okay, weißt du, müssen wir ein bisschen psychologisch eingreifen, quasi, weißt du, und ihn ein bisschen aufbauen, so, und ihm ein bisschen die Sorge oder die Angst nehmen, oder whatever, weißt du, ähm, ja, und dann ging es eigentlich nur noch darum, quasi zu verhandeln, dies, das, am Ende natürlich, du versuchst einfach, alles, das Beste rauszuholen, was geht, weil im Endeffekt ist es dann ein Deal, weißt du, du musst dir vorstellen, es ist ein Deal jetzt, okay, du gehst jetzt drauf ein, du beendest das Ding unblutig, mäßig, weißt du, dann versuchst du natürlich, das höchstmögliche für dich rauszuholen, so, und ich, mir kam die Idee irgendwie, ich habe mir gedacht, okay, weißt du was, Alter, es gibt doch sowas wie politische Immunität, Alter, weißt du, aber ich versuche mal, ich soll mir politische Immunität geben, du weißt doch, einer auf den, Axel ruft dann wieder, ich sage, Digga, Digga, was geht, und er hat, es hat sich ja in den Gesprächen angebahnt, zwischen uns beiden, dass ich, nicht auf Gewalt aus bin, und dass ich sehr unglücklich bin mit der Situation, die sich entwickelt hat, und dass diese scheiß Geiselnahme nicht geplant war, und das, weißt du, das ist Bullshit, das eigentlich, weißt du, was ich meine, so, es hat sich abgezeichnet, das heißt, ich denke mal, auch draußen hat sich die Lage dann ein bisschen entspannt, wo die wussten, okay, alles klar, ich denke, wir schaukeln das Ding noch sauber über die Bühne, so, hier geht nichts schief, ähm, ja, und ja, dann habe ich gedacht, okay, alles klar, weißt du was, hier, Axel, mach mal politische Immunität, und er so, ja, okay, alles klar, klär ich ab und so, dies, das, jenes, telefoniert, angeblich mit Staatsanwaltschaft und Polizeipräsident und FBI und DEA und er hat mit Obama geredet und alles klar, auf jeden Fall, von oberster Stelle, alles safe, alles gut und so, kriegst du, ich so, okay, alles klar, wie machen wir das aber, ich brauche schriftstückmäßig, weißt du, ich brauche schwarz auf weiß, du weißt Deutschland, du brauchst immer ein Schriftstück, du bist nix, so, ich so, okay, er so, okay, faxen wir dir rüber, ich so, okay, haben die mir tatsächlich, Bruder, und ich schwöre, ein Schreiben rüber geschickt, ja, mit meinem Namen, mit Polizeipräsidium, mit Staatsanwaltschaft, pipapo, der Polizeipräsident unterschrieben, mit allen drum und dran, Bruder, mit allen drum und dran, offiziell, dass ich politische Immunität habe, einfach, heftig, offiziell, und ich gucke dieses Blatt an, ich denke mir nur so, Digger, wenn das durchgeht, damit gehst du in die Geschichte ein, ich schwöre über Gott, Digger, aber innerlich war mir klar, Bruder, das ist nix, ich glaube, das war so ein bisschen so ein, Hoffnungsschimmer so, nein, Hoffnungsschimmer überhaupt nicht, das war so ein bisschen gesichtswahrend, aus der Situation rauskommen, weißt du, das ist nicht dieses, ja okay, ich gebe auf, sondern, ja ich gebe auf, aber nur wenn das und das, verstehst du, was ich meine, so ein bisschen noch so seine eigenen Dings durchdrücken, es ging nur noch darum, ich bin mir ganz sicher, psychologisch kann man das irgendwie herleiten, das ging eigentlich darum, weißt du, okay, auf jeden Fall haben wir das geklärt, okay, die haben mir das Ding geschickt, ich so, okay, das ist klar, hab das zusammengefaltet, so in die Tasche gesteckt, ich so, okay, alles klar, und dann ging es halt um die Anweisung, wie man genau rauskommt, mit welcher Hand man die Tür aufmacht, und so weiter und so fort, darum ging es dann irgendwann im Vorfeld, also bevor ich die, kurz bevor ich die Geisel entlassen habe, ich habe ihnen irgendwann dann, also irgendwann ging es dann dazu, dass sie gesagt haben, okay, kannst du die Geisel jetzt freilassen, weißt du, und danach kriegst du die ganzen Instruktionen, wie wir vorgehen beim Stellen, sozusagen, wenn du rauskommst, weil das ist ganz wichtig, dass man da keine Fehler macht, sonst geht es nach hinten los, weißt du, ich so, okay, und jetzt musst du dir vorstellen, stehe ich mit dem, da war ich ja schon lockerer, das heißt, ich habe mich da auch schon in der Bank, schon ein bisschen bewegt und so, weil ich wusste, okay, jetzt ist, Luft ist raus, ich habe ja schon, wir machen hier schon, ich komme raus, und bla bla bla, und diese ganzen Filme, wird schon nichts mehr passieren, ich so, okay, das heißt, wir sind so ein bisschen in der Bank, quasi im Foyer, als ich ihn rausgelassen habe, muss ich mir vorstellen, ich lasse ihn raus, und ich glaube, es war so, dass ich ihm gesagt habe, okay, kannst du gehen so, und dann habe ich ihn noch so ein bisschen begleitet beim Gehen, und wir haben uns noch ein bisschen unterhalten, voll crazy eigentlich, weißt du, aber egal, auf jeden Fall, wir gehen, wir gehen so hin und her, und ich sage ihnen, hör zu, tut mir leid nochmal, war nichts Persönliches, ich hoffe, du weißt das, bin eigentlich nicht so, aber manchmal, das Leben führt einen zu Situationen, in denen man zu Dingen bereit ist, oder fähig ist, die man nicht hätte wagen können vorher, weißt du, und dementsprechend, wie gesagt, tut mir leid auch, für deine Kinder und deine Frau, gib das weiter bitte, und so, wie gesagt, scheiße gelaufen einfach, weißt du, Also ihr seid zusammen aus der Bank rausgegangen? Ne, 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 du musst dir vorstellen, nein, auf dem Weg, also er war gerade, also wir waren auf dem Weg, ungefähr in der Mitte der Bank, ungefähr, sind wir glaube ich gestanden, weißt du, oder vielleicht, ja, ungefähr da, weißt du, also bis dahin habe ich ihn begleitet quasi, und habe ihn dann alleine weitergehen lassen, und du musst dir vorstellen, ich sage ihnen, okay, kannst jetzt gehen so, und du musst dir vorstellen, er geht so weg, und diese ganzen, diese ganzen Beamten draußen, die die Bank umstellt haben, die beobachten uns gerade, weil die können in die Bank reingucken jetzt, an dem Punkt, wo wir jetzt gerade standen, können die durch die Glasfasasen reingucken, das heißt, die sehen uns alle gerade, was da gerade passiert, weißt du, so, und ich sage ihm, okay, du kannst gehen, er dreht sich um, geht ein paar Schritte, dreht sich wieder um, und kommt ein paar Schritte wieder auf mich zu, und gibt mir die Hand, verstehst du, schüttelt mir die Hand, und hat mir so alles Gute gewünscht, und so, und hoffentlich überstehst du die Zeit, und hoffentlich kommst du gut bei Gericht, und weißt du, was ich meine, so diese ganzen Sachen so, Heftig, wie alt war Klaus ungefähr? 40 glaube ich, ich glaube in der Zeitung stand das sogar, 40 denke ich, 40, 40 ungefähr, ich glaube sogar ziemlich genau 40, ich bin ziemlich genau, ziemlich sicher, dass er 40 war, ja, hin und her, hat mir wie gesagt Hand geschüttelt so, und ist rausgegangen dann, weißt du, okay, dann hab ich noch kurz gewartet so, hab mich, bin ja zurück ins Büro gegangen, hab mich hingesetzt, hab noch eine Kippe geraucht oder so, denke ich mal, hab noch was getrunken so, und hab halt gewartet, ne, die haben erstmal natürlich dann die Geisel aufgenommen, gefragt, geguckt, alles gut, dies, das, jenes, brauchen sie Betreuung, psychologisch oder medizinisch, wie auch immer, ähm, brauchte er nicht, ja, also, ihm ging es gut, auch direkt nach dem Bank, nach dieser Geiselnahme quasi, brauchte er keine psychologische Betreuung, das nochmal so für jeden, der sich vielleicht, wirklich für die psychologische Verfassung von Klaus interessiert, ne, und nicht diese, äh, Kommentar, äh, Spastis, ja, die mir immer mit Opfer, Opfer, die, Bruder, die interessieren die Opfer einen Scheiß, die wollen mir einfach an die Karre pissen, sag ich dir ganz ehrlich, die interessieren sich einen Scheiß für die Opfer, Bruder, aber, ja, er verhöhnt damit seine Opfer, ne, er macht so und so und so, halt deine Schnauze, okay, so quatsch mir nicht voll. Ich erkenne das selber, Bruder, bei meinem Kanal, heißt eigentlich seit Ibrahim Paulaner Garten. Ja, Bruder, es ist, es ist, es ist so dreckig manchmal, es ist so dreckig, und Bruder, das ist wirklich sehr, sehr hässlich, weißt du, wenn ich das wirklich machen würde, wäre es gar kein Problem, ich würde gar nicht, ich würde meine Fresse halten, aber, wenn mir jemand vorwirft, dass ich Opfer verhören würde, oder sonst so ein Quass, das ist wirklich der größte Schwachsinn, deswegen lasse ich mir das nicht andichten, so, ähm, ja, ähm, wo war ich? Genau, auf jeden Fall, ähm, er geht raus, ich warte noch auf die letzten Instruktionen und so weiter und so fort, ähm, dann haben die mir genau gesagt, mit welchem Fuß ich rausgehen soll, mit welcher Hand ich die, äh, Tür aufmachen soll, wie ich meine Finger zu spreizen habe, und, 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 ne, und ganz wichtig war, die Finger so gespreizt zu haben, also ganz weit auseinander, ganz weit auseinander, also wegen Sprengstoff und Zünder und diese ganze Scheiße, äh, weil ich ja mit Sprengstoff gedroht habe, okay, äh, ich komme raus, muss ich dir vorstellen, alles klar, aus der Bank raus, ja, ich gehe hier aus der Bank raus, irgendwann hat nochmal 15 Minuten gedauert, die haben sich um die Geisel gekümmert, dies, das hier ist, äh, wie gesagt, ihm ging es gut nochmal zu betonen, genau, da war ich, ähm, dann hat es, ist noch ein bisschen vergangen, habe ich nochmal einen Anruf bekommen, dann kam die ganze Instruktion, dies, das hier ist, machen bitte so, hier, da, hier diesen Schritt, hier diese Hand und so weiter und so fort, ich so, okay, ich bin natürlich trotzdem immer noch aufgeregt, Adrenalin jetzt, weißt du, kommt auch so ein entscheidender Punkt wieder, ne, so, was passiert jetzt? Ja, genau, ich so, scheiße, Alter, ich gehe raus und habe in der Aufregung vergessen, meine Finger weit zu spreizen, sondern hatte sie nur ganz normal so, ganz normal Hände hoch quasi, dass jemand ganz normal Hände hoch macht, so, ich komme raus und 15 Männer oder so, schreien mich im Echo, Bruder, also nicht im Echo, sondern im Chor, schreien mich so 15 richtig stark bewaffnete Männer, Bruder, schreien mich an, spreiz deine Finger oder schießt ihr in den Kopf, äh, ne, spreiz deine Finger oder schießt ihr in den Kopf, spreiz deine Finger oder schießt ihr in den Kopf, so, alle zusammen gleichzeitig, wow, bleib mal ruhig, ja, sofort Finger gespreizt, Bruder, ich habe meine Finger gespreizt, so, bleib doch ruhig, ja, ich komme doch schon raus, was für Fingerspreizen ist, beruhig doch doch mal, mach, das ist wieder dieses deutsche, weißt du, Präzision so, das ist diese Präzision, von der ich geredet habe, wir haben gesagt, Fingerspreizen, dann spreiz doch deine Finger, sie kommen doch schon raus, und was ist dieses, ich schieße sie gleich in den Kopf, bleib doch ruhig, ja, ich stelle mich doch schon, Dicker, die Geilte ist doch schon draußen, keiner ist verletzt, wir haben das Ding unblutig beendet, warum machen wir auf die letzten paar Meter so ein Terz, ja, bleib doch ruhig, Dicker, weißt du, so, ich so, es war Berlin, nicht Irak, so, auf jeden Fall egal, ich komme raus, musste mich hin auf die Knie, erst mal, runter auf die Knie, so, dann auf den Boden legen, so, Hände und Beine vom Körper weg, so, und jetzt kam auch ein sehr, sehr, sehr entscheidender Moment, den ich auch niemals vergessen werde, musst dir vorstellen, ich habe vorhin von diesen Kragen, von dieser G-Star-Jacke, die ich so hochgemacht habe, die ich als Dämpfer benutzt habe, quasi, wo ich mich da auf dem Boden lag, war wie seit Winter, Dezember, minus 15 Grad, gerade draußen, und ich liege auf dem Asphalt, und ich wollte nicht mit der kalten, mit dem Kinn auf dem kalten Asphalt liegen, deswegen habe ich meinem Kinn so ein bisschen den Kragen so vorgeschoben, so, und habe mich quasi beim Hinlegen, beim Stellen quasi, habe ich mich vorbereitet und habe bequeme Sitzhaltung, also bequeme Liegehaltung gesucht, weißt du, so, habe mich dann auf diesen weichen Polster abgelehnt, dachte mir, okay, perfekt, so siehst du alles, weißt du, weil ich will ja wissen, was passiert. Ich lege mich also hin, gucke, warte, und die, okay, zählen schon bis drei, eins, zwei, drei, Zugriff, und diese Leute laufen los, und ich gucke nur auf den Boden, und ich sehe nur diese, diese Laserpointer, diese roten, diese Punkte vom Laserpointer, alle vom Boden, weißt du, so, und alle in meine Richtung gekommen. Ich habe überlegt, was war das, was war das, scheiße, die haben gerade alle ihre Zielfernrohre auf deinen Kopf gerichtet, Dicker, verstehst du, die sind alle in Alarmbereitschaft, du hast jetzt eine falsche Bewegung und du bist down, so, weißt du, aber richtig. Ich so, ach du Scheiße, Dicker, was ist das, richtig Call of Duty Moment, ich schwirr's dir, das war richtig Call of Duty, Alter. Ich denke mir so, what the fuck, Alter. Dann habe ich nur so das Vibrieren des Bodens wahrgenommen, Alter, weil diese ganzen SEK-Auchsen natürlich losgerannt sind, um mich zu knebeln, zu fesseln und mir in die Achten die Beine zu drehen, weißt du, mäßig. Haben sich auf mich gestürzt, dies, das, jenes, mit ihren Bergsteigerstiefeln auf die Hände, du weißt doch, weißt du, du musst dir vorstellen, ich liege da richtig kalt und ich höre nur dieses Trampeln von ich komme angerannt. Ich gucke auf meine Hände und denke mir nur so, nein, werden die nicht machen. Nein, werden die nicht machen. Aber innerlich wusste ich, die werden das machen, habe schon die Zähne zusammengebissen, kurz bevor sie da waren und bumm, fast gleichzeitig. Ich so, so verdammte Scheiße, Bruder. Wunderbar, ja, hat richtig wehgetan, aber ich habe auf die Zähne gebissen, du weißt doch, keinen Ton gesagt, du weißt doch, du weißt doch, nicht auf meinem machen und so. Ist doch egal, irgendwie weggeschluckt, so. Dann haben sie mich angefangen aufzuschneiden, weißt du, weil die dachten, ich habe Sprengstoff am Körper. Haben die meine ganzen Klamotten erstmal aufgeschnitten, dann kamen so zwei Hände am Körper, habe ich gefühlt, haben mich abgetastet, ob ich irgendwie Sprengstoff habe oder so, war natürlich nichts. Ja, dann haben die mich gefragt, was ist mit dem Koffer? Was ist denn mit dem Koffer drin? Ich sage, mir war erstmal ein bisschen peinlich zu antworten, weißt du, weil ich mache da voll die Action, so überleg mal, da stehen 400 Mann, Digga, so einen Einsatz habe ich mein ganzes Leben noch nicht gesehen und ich soll dir jetzt sagen, da sind drei Kilo Mehl drinne, verstehst du, was ich meine? Und ich so, ja, ich wusste erstmal nicht, wie ich sagen soll, ich schwöre. Und die so, was ist im Koffer drinne? Ich sage nichts, man, keine Bombe. Was ist drinne? Ich sage, drei Kilo Mehl. Die so, was? Ich sage, drei Kilo Mehl. Sicher, ja? Ich sage, ja, man geht rein, guckt, weißt du, okay, alles klar. Du musst dir vorstellen, die Haupteingang zu der Bank war offen und ich lag immer noch auf dem Boden. Ich lag da vielleicht 15, 20 Minuten auf dem kalten Boden, keine Ahnung wie lange, weißt du, habe mich schon so wohl gefühlt, so ein bisschen. Auf jeden Fall, die Tür war offen, ich glaube, ein Bulle stand da, glaube ich, hat die Tür offen gelassen, glaube ich, so, dass man in die Bank reinhören konnte. Okay? Und du musst dir vorstellen, da, wo ich lag, das war noch ungefähr 20 Meter entfernt von dem Büro, du musstest durch den Haupteingang rein, durch die ganze Bank durch und in diesem Büro war der Koffer. Verstehst du? Die sind da rein, zu vier, zu fünf, zu sechs, keine Ahnung was. Es hat eine Minute oder zwei gedauert und auf einmal höre ich so, wieder im Chor, so ein Gelächter, weißt du? Die haben sich kaputt gelacht. Ich wusste, okay, das ist der Moment, die haben gerade den Koffer geöffnet und haben gerade den Inhalt gesehen und das Besondere an diesen Mehlpackungen war, dass ich damit zum schwarzen Edding ganz dick Sorry drauf geschrieben habe und das O, das O habe ich wie ein Smiley gemacht. Verstehst du? Weil ich dachte, dafür die Aktion später, falls, wenn die Aktion gut gegangen wäre, wäre Bombenräumkommando, wie bei den anderen Überfällen auch, Bombenräumkommando wäre gekommen, die hätten das Ding aufgemacht, hätten gesehen, sorry, ah, okay, wenigstens sympathisch. Weißt du? So ein Lacher am Ende des Tages. Weißt du? So eine ganze Aufregung, scheiße, Bombe, Bombe, auf einmal sorry, haha, wir lachen wieder, so wie bei Hollywood, weißt du? Ein bisschen was Trauriges, ein bisschen was Lustiges, ein bisschen was Spannendes, so mäßig. Ja, so. Auf jeden Fall haben die gelacht, haha und so weiter, hat auf jeden Fall genau den Effekt gehabt, den ich erzielen wollte. War zwar ein bisschen anders die Planung, aber egal. Weißt du? Ich wollte eigentlich davon kommen und dann mit denen gemeinsam lachen. Weißt du? Ja, ja. Aber die haben zwar, die haben halt nur alleine gelacht, leider. Äh, ja. Dann haben die irgendwelche Wagen bestellt, ne, die mich dann abholen konnten. Achso, sehr viele haben immer gefragt, diese Frage kommt immer, äh, ob die mich richtig Maß genommen haben bei der Verhaftung. Und, äh, nein haben sie nicht, aus zwei Gründen. A, die haben gesehen, wie die Geisel mir die Hand gegeben hat. Die haben gewusst, dass ich die ganzen Stunden über mit der Geisel sehr menschlich umgegangen bin, nicht misshandelt habe, nicht drangsaliert habe, nicht mal beleidigt habe, weißt du, nicht mal blöd angeguckt habe, wenn man es mal streng nimmt, so. Ähm, ähm, und, die ganze Umgebung war mit Journalisten vollgesät. Und die haben Objektive, die sind, Wahnsinn, so, weißt du? So. Und, äh, dementsprechend, äh, hätten die mich gar nicht da kaputt prügeln können, weil, das wäre, das wäre am nächsten Tag im Fernsehen gelandet, am gleichen Tag noch, weißt du? So. Es liefen ja Live-Schaltungen und so teilweise. Breaking News und diese ganze Kacke. Ja. Die Fernsehsender haben ihre Programme teilweise unterbrochen für diese Live-Schaltungen und so eine Scheiße. Also so ein Ding war das. Äh, und ich so, fuck, Alter. auf jeden Fall waren da Journalisten dabei und das sind die zwei Gründe, die mir den Arsch gerettet haben diesmal, warum ich nicht mit meinem Kiefer um 180 Grad nach links aufgewacht bin, weißt du? Im Krankenhaus am gleichen Tag, so. Ähm, ja. dann haben die einen Wagen geholt, haben mich kurz in die Bank gebracht, da habe ich mich kurz hingesetzt, ähm, weil die gesehen haben, okay, der kühlt hier aus langsam auf dem Boden, müssen wir mal kurz aufheben, so, haben mich kurz in die Bank gebracht, so, in das Foyer habe ich mich kurz hingesetzt, so, dann kamen irgendwelche Wagen, die mich abgeholt haben, äh, mit irgendwelchen SEK-Beamten drin, so, haben mich in die Mitte gesetzt, links, rechts neben mir ein SEK-Beamter, Fahrer, SEK-Beamter, Beifahrer, SEK-Beamter, also vier Leute, mir fünf, so, äh, ja, äh, setzen mich rein, und dann ist noch, also wieder diese Fahrt allein schon, war auch, werde ich auch niemals vergessen, das ist, wie ich da zu späßen aufgelegt war, in dem Moment, keine Ahnung, frag mich nicht, weiß ich nicht, wahrscheinlich, weil die ganze Anspannung von mir gefallen, ist diese, diese jahrelange, die ich, weißt du was, ich war auf Flucht jahrelang, man kann's nicht sagen, Bruder, bei Aktenzeichen, die haben meine Fresse gezeigt, schließt euch meine, bundesweit, ja, und ich bin immer noch am Banküberfallen, ja, ja, weißt du was ich meine, so, das ist kein geiles Gefühl, so, das ist kein, wo du, oh, ja, geil, jetzt mach ich erstmal Urlaub, und so weiter, und so fort, nee, nee, da ist nix, du bist die ganze Zeit gefangen, in diesem Film, ähm, okay, dann, äh, die verhaften mich, die sitzen im Auto, und der Beifahrer dreht sich zu mir um, äh, immer noch mit seiner Maske, ne, du siehst nur diese, die Augen hier, Augenpartie, äh, dreht sich so zu mir nach hinten um so, und dann sagt, sagst du, was ist denn los, Digga, was passiert, ne, scheinst es vernünftiger zu sein eigentlich, was ist los, äh, ich sage, äh, guck mal, heute ist doch der 21.12. 2012, heute ist Ende des Maya-Kalenders, ich dachte, die Welt geht unter, ich wollte nochmal auf die Kacke hauen, weil ich ziehe, ich schwör's dir, original, original so, original so, und zwar wirklich, der 21.12.2012, das war wirklich Ende des Maya-Kalenders, Mann, ey, da haben, ich weiß nicht, wie viele Sekten ihr Leben beendet haben, diesen Tag, weil die dachten, es geht wirklich, was weiß ich meine, so, aber ich hab's als Witz gemeint, weißt du so, was für Maya-Kalender, ich fick auf Maya-Kalender, ist auch egal, auf jeden Fall, ich sage ihm so, als Spaß, so, er guckt mich an, und alle fangen an zu lachen, alle fangen an zu lachen, ich lache auch natürlich so, dann, wir haben fertig gelacht, der Bulle dreht sich wieder um zu mir, so, Mensch Junge, hast du denn die Doku gestern nicht gesehen? Die Mayas haben sich doch geirrt. Ach schon. Wieder alle am Lachen, weißt du, so, und so weiter und so fort, so, bla bla, auf jeden Fall haben die mich nach Tempelhof gebracht, das ist die, da ist die Gesa, also Gefangenenensammelstelle, so, haben mich erst mal da abgeliefert, ähm, ja, und dann erst mal ganz normal, ne, ärztliche Untersuchungen, bla 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 und so weiter und so fort, ich kam da an, erst mal wie so ein bunter Vogel, haben die mich behandelt, was sehr, sehr korrekt war, was ich an dieser Stelle sehr unbedingt sagen muss, weil wir sind immer so, äh, sehr leicht dabei, so ACAB zu rufen und keine Ahnung, was vollkommener Quatsch ist, weißt du, weil es gibt auch korrekte, ne, auch wenn es wenige sind, aber es gibt sie und ich hab an diesem Tag mit einem korrekten Bekanntschaft gemacht, ja, so, du musst dir vorstellen, wenn du Tempelhof bist, du kommst in so ein, in so einen Bereich rein, jeder, der schon mal da war, der wird das wissen, da sind so Holzbänke links und rechts, das ist so ein länglicher Raum, weißt du, da passen bestimmt so 30, 40 Mann rein, weißt du, da wirst du erst mal reingefrachtet, so, ne, und da warten die erst mal, bis die wissen, was mit dir weiter ist, ne, in welche Zelle du weiter transportiert wirst, da ist so Übergangsstation erstmal, ne, Auffanglager, so, da chillst du dann und da hab ich dann gesessen, so, und alle paar Sekunden ist diese Klappe aufgegangen, da gibt's so eine kleine Klappe, die geht so, die ist ungefähr so groß, ne, auf Kopfhöhe, äh, immer hat jemand reingeguckt, Leute wollten sehen, so, wie ein Affen, weißt du, im Käfig so, wer ist das, wer ist das, weil die haben das im Fernsehen alle mitbekommen, die wussten, da ist Action in Berlin die ganze Zeit, schon seit 10, 11 Stunden so, wir wollen wissen, wer ist die Fresse zu dem Stress, weißt du, so mäßig, okay, äh, und irgendwann kam ein Bulle rein, achso, das allererste, was passiert ist, wo ich in diesen Raum reinkommen bin, kam ein Bulle rein, mit so richtig böse, so richtig so böser Bulle, das war richtig der böse Bulle, danach kam der gute Bulle, der böse Bulle kommt rein, wo ist der Zettel, welcher Zettel, wo ist der Zettel, den wir dir gegeben haben, ich so, achso, er meint die politische Immunität, das kenne ich doch von Prison Break, ja man, ich so, okay, alles klar, okay, ich so, hier, ich lache, du weißt du, ich lache, ich so, politische Immunität, ich so, politische Immunität, ich habe sogar noch kurz zurückgezogen, ich so, politische Immunität, politische Immunität, ich lache mit ihm, er so, gib mal her und so, nimmt den Zettel so und geht weg, ohne was zu sagen, so ne, ein paar Minuten später kam dann der gute Bulle, äh, und, äh, das war natürlich völliger, völliger Bluff, ne, was, das mit diesem, äh, Immunität, natürlich, natürlich, Bruder, ich bitte dich, ach, was für politische Immunität, ja, 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 falls es hier irgendjemanden gibt, der denkt, äh, nein, 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 ich hab's versucht, ja, dass du's nochmal bestätigst, das war einfach nur ein Fake, klappt nicht, ja, genau so, klappt nicht, die Bullen dürfen lügen, in solchen Situationen ist die Gesetzmäßigkeit so, dass die Bullen lügen dürfen, um die Gefahr, um die Gefahr halt zu beschränken, oder zu dämmen, oder komplett zu, äh, ja, zur Entfernen halt, ähm, ja, dann kommt der freundliche Bulle rein, und der freundliche Bulle, ich hätte noch ein paar Kippen, aber ich hätte kein Feuerzeug, Feuerzeug haben sie mir abgenommen, weil in diesem Raum darfst kein Feuerzeug haben, weißt du, ähm, Selbstgefährdung, bla bla bla, äh, der kommt rein, er sagt, willst du eine Kippe rauchen? Ich guck ihn an, und ich wusste, man darf da nicht rauchen, weißt du, ich so, ja, ich hab kein Feuer, also hier, weißt du, hab ich Kippe, weißt du, hatte mir, ich hatte, ich war ja noch in Handschellen, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch in Handschellen war, oder ob es mir die Handschellen in dem Raum abgenommen hat, ich glaub, die haben sie abgenommen in dem Raum, als ich in den Raum reingekommen bin, ich hab so, ich hab eine Kippe genommen, er hat mir kurz Feuer gegeben, und ich durfte in diesem Raum eine rauchen, obwohl man da, obwohl das striktes Rauchverbot ist, und die nehmen dir alles ab, bevor du da reingehst in diesen Raum eigentlich, weißt du, was ich meine? Er hat mir das Feuerzeug auch nicht gegeben, also nicht hier, mach mal und rauch mal ein paar Kippen, sondern er hat mir Feuer nur gegeben, ich hab Kippe angemacht, und das war's, weißt du, er ist wieder rausgegangen, so mäßig, also hat er mich eine Zigarette rauchen lassen, in dieser sehr, sehr aufwühlenden Situation, weißt du, was ich bis heute zu schätzen weiß, dann saß ich da ein bisschen, und dann haben die mich irgendwann weiter verfrachtet, in halt schon so einen Zellenraum, und dann zum Arzt, Untersuchung, Blut nehmen, dies, das, jenes, und so weiter, und ja, dann Verhör, also ganz, ganz kurz, nachdem ich dann in diese Zelle reingekommen bin, also in die zweite dann, ich bin da reingekommen, ich so, okay, alles klar, bin kurz zur Ruhe gekommen, auch so eine Holzpritsche, so richtig ekelhaft, und so eine alte Bundeswehrdecke, das ist alles, was du hast, ich so, okay, überleg, überleg, ich so, Alter, ich bin richtig müde geworden, ich hab meine aufgeschnittene Jacke, die ich noch anhatte, du musst dir vorstellen, ich hatte meine Fetzen, meine Stofffetzen, hatte ich noch an, und bis hinten war aber aufgeschnitten hier, das heißt, du musst dir vorstellen, ich war so halb nackt, so, weil das alles nach vorne gerutscht ist, hinten mein ganzes Dings war alles nackt, weißt du, so mäßig, hab ich diese kaputten Klamotten genommen, hab die zum Kissen gemacht, hab da hingelegt, zack, und ich bin noch nie so schnell eingeschlafen in meinem Leben, wie in diesem Tag, heftig, ich bin so schnell eingeschlafen, das war unglaublich, wie ein Baby einfach, weißt du, was ich meine, so, heftig, und dann, Tiefschlaf, richtig im Tiefschlaf, zwei, drei Stunden später, Tiefschlafphase, ich werde geweckt, LK, Verhör, so, okay, und jetzt komme ich zu der Geschichte von vorhin, dass die alle sauer waren, ich komme da hoch, und die wollen von mir natürlich Aussage, Kooperation, bla bla bla, gibt's von mir natürlich nicht, weißt du, ich hab mir natürlich den Snickers und meinen Kaffee abgeholt, ne, mit dem sie nicht mal kaufen wollen, den hab ich mir natürlich geben lassen, ist ja ganz klar, hab so lange noch mitgespielt, so, hab dann den Snickers und den Kaffee weggefeuert, so, weißt du, was ich meine, und dann war ich dann wieder so, weißt du, und dann wollten die von mir die ganze Zeit wissen, und dies und das und jenes, und ich hab denen da irgendwelche politischen Debatten aufgedrückt, die ganze Zeit, weißt du, ja, hin und her, und die sind richtig sauer geworden, weil die dachten sich so, die wollten unbedingt diese Aussage, die wollten irgendwas, ne, und ich hab die therapiert die ganze Zeit, und irgendwann einer ist richtig sauer geworden, der meinte, Mann, lass mal deine, ich hab ihnen irgendwas von UN erzählt, oder UNO oder so, keine Ahnung, was da irgendwer wieder, weißt du, du hast so richtig filmen, und der sagt, Mann, ist mir scheißegal mit einer UNO, 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 oder keine Ahnung, was ist, er so, dicker, er sagt, ich hätte normalerweise um 14 Uhr Feierabend heute, und du musst dir vorstellen, das war irgendwann um 3, 4 Uhr morgens, heftig, ich hätte normalerweise um 14 Uhr oder 15 Uhr, hätte ich Feierabend gehabt, du hast uns genau, wo Schichtwechsel war, äh, hast du diese Geiselnahme begonnen, und unser Chef hat, wir waren gerade am Feierabend machen, unser Chef hat uns alle zurückgeholen, hat gesagt, es macht keiner Feierabend, so lange, bis die Geiselnahme nicht geklärt ist, heftig, das bedeutet, Bruder, sehr, sehr viele Polizeibeamte, Bruder, hatten Hass gegen dich, hatten Hass, Bruder, haben Überstunden, in der Kälte, draußen, minus 15 Grad, Bruder, kurz vor Weihnachten, gar keinen Turn, Freitag auch noch, ich glaube, da hatten einige andere Pläne, weißt du, keine Ahnung, Escort, Club, Spielhalle, Casino, wer weiß, der eine so, der andere so, weißt du, auf jeden Fall, ja, waren die richtig sauer so, ich habe aber nicht mit mir reden lassen, und meinte so, nein, alles gut, weißt du, okay, waren die richtig sauer, haben die mich wieder runtergebracht, haben die mich noch ein paar Stunden schlafen lassen, haben mich wieder aus dem Schlaf geholt, wieder aus dem Schlaf gerissen, nach ein paar Stunden, nochmal Verhören, nochmal versucht, wieder kein Ergebnis erzielt, weißt du, ja, dann wieder runter, und dann ging es nach, circa ein, eineinhalb Tagen, ging es nach, nach Morbid, weißt du, was ich meine, so, und da war dann erst mal, da war erst noch Feierabend, da war erst mal angekommen, da war erst mal radikale Lebenswende, angesagt, weißt du, radikale, radikale, radikale Änderung des Lifestyles, weißt du, urhaft warst du dann da, ne, genau, und wie lange hat es gedauert, bis zur Gerichtshandlung, sieben oder acht Monate, wie viel hast du ins Gesamt bekommen, ich habe neuneinhalb Jahre, nur für diese Sache bekommen, also für diese, für diese drei Überfälle, für die ich dann verurteilt wurde, für alle drei Überfälle, neuneinhalb Jahre habe ich bekommen, nach Strafzusammenzug, und ich hatte noch drei Monate Bewährung offen, die ich noch mitgebracht habe quasi, deswegen sind wir da am Ende auf neun, neun quasi gekommen, neun Jahre, neun Monate, die ich, ja, komplett abgesessen habe. Komplett. Komplett. Keine Chance auf Feuer. Bis letzt, kein Vorher, keine Entlassungsvorbereitung, kein, nix, 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 nix. Von erster Tag bis letzter Tag und dann nach zehn Jahren einfach vor die Tür gesetzt, adevi dätschi, bye bye, ich hoffe, du kommst klar so, weißt du, was ich meine? Heftig. Das ist, das ist leider traurige Realität, Bruder, weißt du, viele Leute können, also guck mal, viele Leute fragen mich, wie, vor allem die, die sich auskennen, die vielleicht selber in Haft waren oder jemanden kennen, der in Haft war oder wie auch immer, oder vielleicht beruflich aus diesem Umfeld kommen, die fragen dann so, erstaunt, wie keine Entlassungsvorbereitung? Ich sage, ja, das ist nicht möglich, das ist gesetzlich, ja, gesetzlich, gesetzlich, eure Gesetze, könnt ihr euch alle, in den Arsch stecken, Mann. Wenn es darum geht, dass ich kriminell bin, dann sind Gesetze wichtig, aber wenn es darum geht, dass der Staat kriminell ist, dann sind die Gesetze überhaupt nicht mehr wichtig, verstehst du? Das ist das, was man hier verstehen muss, die Gesetze gelten halt nur nicht mal für alle und auch nicht immer gleich stark, so, weißt du? Das ist halt das Ding, so, ne, und, weil es gibt nämlich bestimmte, so wie Resozialisierung im Gefängnis, ist eigentlich vom Grundrecht gesichert, ist ein Grundrecht eigentlich, verstehst du? Wie kommst du jetzt zu, damit klar, du bist jetzt seit ein Jahr draußen, ne? Ja, fast, ja. Und wie ist es so draußen nach zehn Jahren, Alter? Was waren so die ersten Dinge, die sich komplett verändert haben, wo du dachtest, fuck, was ist das denn? Bruder, natürlich diese ganze Smartphone-Revolution, weißt du? Das hat ja damals gerade angefasst, war in den Kinderschuhen hat es gesteckt, als ich verhaftet wurde, dass es jetzt allgegenwärtig, gar nicht wegzudenken, weißt du so, allein diese Leute, die in Cafés sitzen oder in der U-Bahn und alle gucken ja auf ihre Handys, weißt du was ich meine so? Das war zu dem Zeitpunkt nicht, ne? Das ist anders so, ich hab das Gefühl, dadurch ist auch so ein bisschen die Gesellschaft noch ein bisschen gespaltener, weil jeder noch ein bisschen mehr für sich ist, weißt du? Früher haben sich die Leute vielleicht noch, ist vielleicht ein bisschen Konversation entstanden, auf dem Bahnsteig, wo man auf den Bus gewartet hat oder auf die Bahn oder, weißt du was ich meine so? Jetzt mittlerweile, die Leute interagieren noch viel weniger im sozialen Miteinander, weil jeder nur noch in seinem Telefon steckt, weißt du was ich meine? Das heißt, keine Ahnung, also ich bin so ein Mensch zum Beispiel, keine Ahnung, bei mir entstehen oft Gespräche irgendwo, im Supermarkt oder auf der Straße oder irgendwo, keine Ahnung, weißt du was ich meine? So, weil man steht, man wartet so, man tauscht vielleicht einen Blick aus oder einen Gedanken oder es passiert irgendwas und so, weißt du? Keine Ahnung. Ansonsten natürlich, diese ganze Digitalisierung vorne und hinten, diese ganzen Automaten überall und so, McDonalds war ein Schock für mich, Bruder, dass diese Bestellautomaten da stehen auf einmal. Auf die kommen ja nicht mal ich klar, Bruder. Verstehst du? Dann noch diese Nummern werden angezeigt, du kriegst eine Nummer wie bei Arbeitsamt, du musst warten, dann kommt deine Nummer da, dann ping, dann gehst du dahin oder die Frau ruft 482, 482 und dann musst du dahin gehen und Essen holen und so, weißt du? Das sind dann so Kleinigkeiten, so mäßig, aber die Mode hat sich verändert sehr, Bruder. Ein paar Themen, auf die ich jetzt hier nicht eingehen möchte, weil sonst das Video gesperrt wird oder gelb wird oder sonst so irgendwas und ich möchte das nicht einschränken oder sowas. Dementsprechend, ja, es sind gesellschaftlich vor allem viele Sachen, aber die hast du natürlich auch im Gefängnis schon mitbekommen, ne? Klar. Sei es jetzt dieses Gendern oder sei es jetzt irgendwelche anderen, Inflation, Energie, dies, das, die Preise waren Schock, Bruder, sag ich dir ganz ehrlich? Die Preise waren Schock. Weißt du? Ich bin mit 3,50 Euro Dönerpreis reingegangen und komme raus mit 7 Euro Preis. Weißt du? Ja, Mann. Und ich frage mich so, okay, wie habt ihr das soweit kommen lassen? Weißt du? So, wie, 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 weißt du? Ja, so, so. Und wie hoch kann man noch die Preise treiben, weißt du? Bis es genug ist, so. Krass, ne? Döner 7 Euro einfach. Bruder, im Großen und Ganzen eigentlich, die Welt ist immer noch so, wie sie ist. Die Menschen sind immer noch genauso dämlich, wie sie sind oder genauso gut, wie sie sind, weißt du? Und die Welt ist immer noch so geil oder genauso scheiße, wie sie vorher war, weißt du? Mehr oder weniger, so, ne? Aber es sind halt so, ne? Es sind, es sind, ja, ein paar Kleinigkeiten. Ich denke mal, das ist normal, auch wenn ich in Uruguay gewesen wäre zehn Jahre und wiederkommen würde, hätte ich die gleichen Eindrücke so mäßig, ne? Aber du fühlst dich so, ab und zu fühlst dich schon so wie ein Zeitreisender, so ein bisschen, weißt du? Ab und zu gibt's schon. Guck mal, E-Roller auch gab's nicht, weißt du? Ich bin reingegangen, es gab keinen E-Roller, ich komm raus, über diese Dinge und so. Und auch noch voll die Cannex und so drauf, ne? Hä? Hä? Bruder, Alter, Scheiße. Wenn du jetzt diese ganze Erfahrung passieren lässt, was würdest du einem jungen Mann auf den Weg geben? Das ist so quasi, das ist ja so eigentlich mein Content oder mein Ziel mit meinen Videos auf meinem Kanal, dass die Videos immer eine Message haben. Was würdest du so einem 16, 17, 18, 20-Jährigen sagen, der gerade richtig in Klemme steckt und Bock hat, ne Bank zu überfallen? Nicht nur Klemme stecken, es geht nicht nur um in der Klemme stecken, weißt du? Sondern guck mal, der Film von vielen Leuten und der Film, den ich gefahren habe, ist ja, du willst aus der Scheiße raus. Du willst was erreichen, Verstehst du? Für den einen ist es der Benz, für den anderen ist es die Rolex, für den anderen ist es das Haus für die Eltern, für den dritten ist es eine Unternehmensgründung, whatever, so weißt du, was ich meine? Aber jeder verfolgt insgeheime den Traum auf der Straße, damit reich zu werden. So. Und ich kann nach 20 Jahre langer Erfahrung auf der Straße mit Wirken in verschiedensten Branchen, also mit Drogenhandel, ob es Überfälle sind, ob es keine Ahnung was ist, weißt du? Ich habe es auf vielen, vielen unterschiedlichen Wegen versucht, mit sehr, sehr viel Ehrgeiz dahinter, mit sehr viel Risikobereitschaft dahinter, mit sehr viel Eiern dahinter. Ich habe mein Leben riskiert dafür, also ich bin wirklich ans Äußerste gegangen für diesen Traum, verstehst du? Ans Äußerste. Und heute muss ich euch sagen, dieser Traum lässt sich nicht verwirklichen. Verstehst du? Der lässt sich nicht verwirklichen, so okay? Und jetzt kann man sagen, ja du, weil du bist zu dumm, nur weil du, was denkst du? Okay, alles klar. Ich bin nur irgendeine Pfeife so und ich bin zu dumm, okay. Aber dann lass uns mal, ohne mich jetzt mit diesen Leuten vergleichen zu wollen, bevor irgendein Spasti das wieder herleitet, guck mal, ganz, ganz, ganz simple Beispiele. Pablo Escobar, Kartellchef. Was mit ihm passiert? Erschossen auf einem Dach wie ein Hund, okay? Die letzten Jahre seines Lebens gelebt wie ein, wie ein Ratte in Löchern. Verstehst du, El Chapo. Was mit El Chapo passiert? El Chapo wird in seinem ganzen Leben wahrscheinlich nicht mehr die Freiheit sehen, ist in irgendeinem Hochsicherheitstrakt von New York eingesperrt, der wird nie wieder die Freiheit spüren. Kartellchef. Okay, so. Sind das nicht intelligente Männer? Sind das nicht Männer, die Killer haben? Sind das nicht Männer, für die sogar 100 Jahre in den Knast gehen würden, für die es eine Ehre wäre? Sind das nicht Männer, die aus Knästen befreit wurden? Sind das nicht Männer, die ihre eigenen Knäste gebaut haben wie Escobar? Verstehst du? Was mit El Capone passiert? Eine weitere Galleonsfigur aus dieser ganzen Szene. El Capone. Kriminell, kriminell, bipapo, dies, das, jenes. Am Ende 10 Jahre wegen Steuerhinterziehung. Wegen Steuerhinterziehung. Okay. Was mit ihm im Gefängnis passiert? Er ist schon mit Syphilis rein, weil er mit Prästituierten Neurungen gemacht hat und so. Er ist mit Syphilis rein, er kam von Syphilis zerfressen, nach, ich glaube, 8 Jahren oder so, ich glaube, er hat nicht mal die ganze 10 Jahre durchgemacht, in Alcatraz. Er kam raus, er ist ein Wrack, er ist ein paar Jahre später im Kreise seiner engsten Familie gestorben. Das sind nur ein paar Beispiele jetzt. Das sind nur drei Beispiele. Wer denkst du, wer du bist, Dicke? Wer denkst du, wer du bist, du kleiner Fisch auf Straße mit deinen 10 Gramm, mit deinen Kilo, mit deinen 2 Kilo? Verstehst du? Das wird nix, Dicke. Das wird nix. Das wird nix, okay? Das wird nix. Und ich hab's wirklich lange versucht und ich bin, Mann, ich war viermal im Jugendarrest, ich war dreimal in Haft, ich war zehn Jahre im Knast, ich hab so viel Scheiße gebaut, Alter, das kannst du nicht vorstellen, ich hab wirklich alles versucht, Alter. Ich hab wirklich alles versucht und ich bin wirklich nicht auf den Kopf gefallen und ich hab auch meine Kreativität eingesetzt. Wer meine Geschichte kennt, der weiß das, so. Das heißt, ich hab das wirklich versucht, Alter, so. Und ich sag euch, es führt zu nix, es führt zu nix, außer in den Knast oder ins Grab. Eins von beiden. Das ist deine Option. Was anderes hast du nicht. Wie gesagt, in den meisten Fällen ist es Knast, aber in meinem Fall, hast du ja gesehen, es hätte sehr leicht da tot werden können. Sehr, sehr leicht. Und ich möchte ganz kurz hier erinnern, weil das ja sehr, sehr gut passt thematisch. In Berlin, das wurde medial leider nicht, was heißt leider, also meiner Meinung nach, weil man hätte mehr Aufmerksamkeit drauf lenken müssen eigentlich, wenn man wirklich Prävention im Kriminalbereich machen möchte. Es gab eine Geiselnahme vor ein paar Monaten, glaube ich, in Berlin. Habt ihr mitbekommen? Nee. In einer Apotheke oder sowas. Guck mal, keiner mitbekommen. Siehst du, das ist schon mal das Krasse. Also es gab eine Geiselnahme mit zwei Tätern in Berlin, in einer, ich glaube Apotheke, will jetzt nicht lügen, oder in einem Laden oder so. Juwelier oder irgendwie, ich weiß nicht mehr. Ich glaube Apotheke sogar, das war skurril so ein bisschen, warum Apotheke, wahrscheinlich wie Medikamente, ist auch egal. Auf jeden Fall, zwei Leute gehen rein, machen Geiselnahme, das Ding geht auch irgendwie schief, das Ding wird umstellt, Polizei, pipapo, SEK, lange Rede, kurzer Sinn, der eine stellt sich, der eine schießt sich drinnen. Scheiße. Verstehst du? Das heißt, er war in derselben und ich hab das anders gefühlt, weißt du was? Wo ich das gehört habe, ich hab das anders gefühlt. Ja, ja. Weil ich wusste, ich war in derselben fucking Situation. Und der Bruder hat die andere Wahl getroffen, verstehst du? Das heißt, Bruder, bei Banküberfällen, Geiselnahmen, Bombendrohungen, da bist du so ein Millimeter vom Tod entfernt, Alter. Weißt du was ich meine? So ein Stück. Das heißt, wenn ich sage, Knast oder Grab, dann meine ich das jetzt nicht so dramatisierend, Hollywood mäßig und so weiter und so fort. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Und ich hab auf meinem Weg bis hierher, ey, ich kann gar nicht mehr erzählen, wie viele Leute ich verloren habe. Verstehst du? Also Leute ich verloren habe, das hört sich jetzt so pathosmäßig an. Weißt du was ich meine? Aber was ich meine ist, Leute die ich kannte, teilweise enge Freunde, teilweise entfernte Freunde und so weiter und so fort. Sehr, sehr viele Leute sind gestorben, Bruder. Weißt du? Der eine durch Schlägerei, der andere durch Überdosis, der andere durch Suizid, der andere durch Autounfall, der andere hat sich vor die Bahn geworfen, der eine ist beim Autounfall gestorben. Verstehst du was ich meine? Ey, das sind, weißt du, so deswegen, also du hast ja nach der Message gefragt, so und ich sag euch, das ist, und das ist wirklich meine Überzeugung, ne, so und das sag ich nicht, weil, weil ich muss niemandem gefallen oder sowas. Ich bin auch nicht euer Sozialarbeiter oder euer Vater, ob ihr kriminell werdet oder nicht, geht mir im Endeffekt am Arsch vorbei, so, weil ihr werdet damit struggeln müssen, so. Ich hab meinen Struggle hinter mir und struggle jetzt immer noch, weil ich bin jetzt immer noch dabei, mein Leben auf die Reihe zu kriegen, irgendwie nach dieser ganzen Misere, sag ich mal, und das wird noch ein hartes Stück Arbeit. Ist es schon seit einem Jahr und wird es noch sehr lange bleiben, ähm, aber, äh, Kriminalität hat, äh, auf, auf lange Sicht überhaupt keine, äh, Erfolgschancen. Das sind kurze, erfolgreiche, Momentaufnahmen. Du musst dir so, so vorstellen, ich vergleiche Kriminalität, Straße, so wie Casino. Kennst du das, die Leute, die immer sagen, ich bin im Plus? Ja, ich bin im Plus. Er hat 100.000 Euro reingesteckt in einem Jahr. Er hat es vergessen. Er gewinnt 5.000 Euro einmal, er rennt rum, er macht Louis Vuitton, Prada, Bruder, was kostet die Welt, was brauchst du, Bruder, was brauchst du? Halt deine Schnauze, Bruder, du hast 95 Prozent, du bist immer noch 95.000 im Minus. Was feierst du deine 5.000? Ja, das war so. Und so ist es auf der Straße auch so. Er hat 95.000 verloren, er gewinnt 5.000, er freut sich. Weißt du, was ich meine? So. Es bringt nichts, es bringt nichts. Aber jeder muss seine Erfahrungen selber machen. Ich hoffe natürlich, dass für den einen oder anderen, vor allem Jüngeren, vielleicht ein, ja, ihn ein bisschen aufweckt, ihn ein bisschen zum Nachdenken bringt. Aber, und was auch ganz wichtig ist, es geht nicht nur, es sei jetzt um die jüngeren Leute. Natürlich sind die wichtig, weil bei denen kann man diesen ganzen Weg noch irgendwie verhindern. Aber, es geht auch um die Jungs, die Mitte 20, Anfang 30, die 10, 15 Jahre diesen Film schon leben, von dem ich gerade rede. Ja, und die aber gerade merken und die jetzt auch gerade wissen, dass ich gerade keine Scheiße rede. Die merken gerade, der Bruder hat recht und ich bin seit 15 Jahren auf demselben Weg und seit 15 Jahren ist es ein mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter, mal hoch. Knast, raus, rein, Therapie, vielleicht, nein, Ah, Anwalt, und die ganze Zeit so geht das, die ganze Zeit so, so, Achterbahnfahrt, die ganze Zeit. Aber irgendwann dämmert es dir, irgendwann dämmert es dir, wenn du lang genug auf diesem Weg bist, ich werde kein Millionär hier mit der Nummer, weißt du, ich werde kein Millionär, er lande ich im Knast und bringe großes Unglück über meine Familie, weißt du, was ich meine, als dass was anderes passiert. Und diese Jungs, und jetzt kommt das, jetzt kommt der entscheidende Faktor, Bruder, diese Jungs, die seit 10, 15, 20 Jahren, so wie ich damals auf diesem Weg waren, bei denen es jetzt dämmert, es ist wahnsinnig schwer, sogar wenn diese Dämmerung bei dir eingetreten ist, es ist wahnsinnig schwer, das Ruder jetzt rumzureißen um 180 Grad und in die andere Richtung zu fahren. Und nur das ist der Grund, weil ich weiß, wenn es einfach wäre, hätten wir sehr viel weniger Kriminelle, sehr viel weniger. Aber genau diese Schwierigkeit, du hast dich gewöhnt an Unabhängigkeit, du hast dich gewöhnt an dein eigenes Geld, an dein eigener Chef und, 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 diese ganzen Sachen, die Verdienstmöglichkeiten sind ganz anders, keine Steuern, keine Bürokratie und so weiter und so fort. Und jetzt sollst du als, weil du warst ja dein Leben lang Kriminell, Ungelernt, du hast scheiß Schulausbildung, keine Berufsausbildung, nix, jetzt sollst du in einen 1500 Euro Netto-Job reingehen, obwohl du vorher das Gleiche in zwei Stunden verdient hast? Schwierig. Das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriger Weg, ein sehr harter Weg und du hast nicht gelernt, mit Autoritäten klar zu kommen, du kommst nicht klar mit anderen Kollegen, dass sie dir was sagen, weil sie schon länger da sind auf der Arbeit als du, du kommst mit dem Chef nicht klar, weil er dich behandelt wie ein Hund, weißt du so, es sind halt viele Komplikationen, die damit auftreten, mit diesem Lifestyle entwickelst du auch gewisse Charakterzüge, die dich für andere Sachen untragbar machen, verstehst du, was ich meine? Und das kannst du auch nicht aus dir rauskriegen, du kannst mich jetzt nicht nehmen und sagen, komm, wir stecken dich jetzt in die Fabrik und du bist jetzt nicht mehr kriminell, du bist jetzt, weil ich kann doch meine Vergangenheit nicht abstreifen, du kannst doch deine Erfahrungen nicht abstreifen, was du bist, weißt du? Das kannst du nicht abstreifen, das geht nicht und dementsprechend werden diese Leute immer unter die Räder kommen, deswegen ist der einzige Weg eigentlich für diese Leute irgendwie was zu finden, was deren Leidenschaft ist, was deren Hobby ist, was sie lieben, was zu machen und das zu ihrem Beruf machen, quasi, weißt du? Das ist der Jackpot, sei es ein Unternehmen, sei es, verstehst du, was ich meine? Ich rede jetzt nicht von Fußballer, Superstar, irgendwas, das ist alles, das schaffen die wenigsten, aber deswegen war für mich irgendwann klar, deswegen habe ich auch diesen YouTube-Kanal gegründet irgendwann, weil für mich irgendwann fast stand, okay, das Einzige, womit du deinen Arsch nochmal aus der Scheiße ziehen kannst, ist Selbstständigkeit, weil du da dein Gehalt ein bisschen in der Hand hast. Genau. Du wirst rauskommen, du wirst bei nicht null, du wirst bei minus 100 anfangen, du wirst nichts haben, du wirst hier eine Wohnung aufbauen müssen, Auto, Führerschein, bla bla, Klamotten, da 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 da, diese ganze Scheiße, so, woher soll das denn kommen? Von 1500 Euro netto? Keine Chance. Damit schaffst du nicht mal, wenn du schon alles hast, das zu halten. Keine Chance. Was schießt du? Keine Chance. Und ich wusste, das wird mit meiner Persönlichkeitsstruktur nicht lange gut gehen. Da werden ganz schnell wieder Hüte gekauft und da werden wieder Koffer gezogen und so, weißt du, was ich meine so? Deswegen gar keinen Bock auf diese Scheiße. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, du musst auch wissen, guck mal, du musst auch eine realistische Selbsteinschätzung haben von dem, was bist du, was kannst du, was, weißt du, was geht oder was geht nicht? Und für mich war klar, ich werde in einem Angestelltenverhältnis in einer Firma nicht glücklich werden, nicht klarkommen. Das wird nicht gehen so, weißt du? Und auch keiner wird mich mit meiner Vergangenheit irgendwie aufsteigen lassen, irgendwo Karriere machen lassen oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn ich in diesem Leben nochmal leben will, vernünftig, ja, und mir vielleicht nochmal das eine oder andere leisten möchte und vielleicht noch ein bisschen was von der Welt sehen möchte, dann muss ich die Zügel selbst in die Hand nehmen und eine Selbstständigkeit versuchen, so gut es geht, auf die Beine zu stellen, damit kannst du immer noch scheitern. Natürlich. Aber zumindest ist das für mich im Knast der einzige Weg gewesen, wo ich gesagt habe, okay, so könnten wir das Ding die Kuh vielleicht noch vom Eis kriegen, weißt du? Und deswegen habe ich diesen Weg gewählt, weißt du? Bruder, tausend Dank für diese Worte, Alter. Nehmt euch diese Worte zu Herzen. Ich hoffe. Es wurde absolute Ehre für mich, dass du heute da warst wieder für mich jedenfalls. in die Kommentare, schreibt Fragen in die Kommentare und wir überlegen uns das, wann, wie, wo, wie, was. Und das war es eigentlich. Zu guter Letzt möchte ich natürlich noch jemanden grüßen. Ganz, ganz liebe Grüße noch an die Cousins Fabio Fabs, Gökan und Saman. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche Sonntag 20.15 Uhr. Bis zum nächsten Mal.